Willkommen zurück zu diesem wundervollen Abenteuer. Ich gehe mal hier im Nebenraum, dann hört man es besser. Toni, danke schon für 37 Monate. Wir sind immer noch in diesem wundervollen Randomizer. Und ich muss kurz mein Gehirn aktivieren und Resetten. Wieso habe ich jetzt diesen dummen Wolf aktiviert? Alles ist gerandomized. Alle Items, alle Bosse, alle Gegner sind gerandomized. Alle Nebelwände sind gerandomized. Und ich muss alle Items aufheben, die ich finde. Und die werden automatisch ausgerüstet und ich muss sie benutzen. Ist ein katastrophaler Run, aber ein sehr spaßiger Run. Und ich muss wieder ein bisschen realisieren und zu mir kommen, wer ich überhaupt bin. Wer ich überhaupt sein möchte. Was hat uns Optimus Prime gelehrt? Wir müssen die Dinge selbst in die Hand nehmen. Und das werde ich jetzt auch tun. Wir haben letztes Mal auf jeden Fall zwei Lord Vessels gefunden. Äh, Lord Vessels. Zwei. Zwei Feuerhüterseelen. Feuerhüterseelen. Zwei große Seelen. Keine Ahnung, wie die hießen nochmal. Ich habe den Namen vergessen. Ist mein erster Mal Dark Souls. Feuerhüterseelen hier. Vom Nito haben wir und die vom Thief haben wir. Davon brauchen wir vier Stück, um das Spiel durchzuspielen. Und, ähm, ähm, diese Botschaft geht an alle Twitch-Viewer, die in den Sternen verloren sind. Wir sind hier. Wir warten. Boah, Gänsehaut. Boah. Ich in meinem Kopf habe ich das in der Optimus Prime-Stimme gehört. Feuer. Ähm, und ich bin mir nicht sicher, was wir für Wege hatten, Chat. Kannst du dich immer noch erinnern, was wir für Wege hatten? Wir haben letztes Mal auf jeden Fall alle möglichen DLC-Bosse besiegt. Ich glaube, es gibt nur noch Manus. Alle anderen DLC-Bosse sind mittlerweile tot. Ich habe alle DLC-Bosse tot, aber keine normalen Bosse tot. Ich weiß, wir hatten auf jeden Fall noch, lass mal kurz hier checken. Hier war ja der, äh, Mausoleumswächter, der Mausi. Hier habe ich ja letztes Mal noch Mausi besiegt, der ziemlich schwer war. Und dann habe ich diese Nebelwand geöffnet. Was war hier hinter? Wo komme ich hier raus? Wir hatten auf jeden Fall auch mittlerweile einen Weg zum André. Also, also, dementsprechend zum Schmied. Können wieder, können jetzt endlich Waffen upgraden. Stimmt, hier war Kalamed. Hier habe ich Kalamed besiegt. Und hier ging es, glaube ich, zum Erzgebirge. Hast du schon Ornstein und Smaug, äh, diese Hunde gekillt? Äh, ich hatte nur großen Ornstein gehabt bisher. Stimmt, und dann kam ich hier raus. Und hierfür brauchen wir erst die Feuer, die vier großen Seelen. Und die, äh, die Lord Wessel. Dann können wir hier weiter. Genau. Unten ist, äh, zu. Damit die Tür, die Tür da unten öffnet, bräuchte ich 30 Menschlichkeit. Die ich aber so gerade nicht parat habe. Wir haben gerade, äh, rechne, mathematische Formel, kurz aufstellen. 17. Wir haben 17 Menschlichkeiten. Mit 30 könnte ich unten die Tür aufmachen. Shortcut. So. Oben lang gehe. Bisschen Musik. Oh nein, der ist hier ausgedacht. Der scheiß Dogo hier. Stärkster Gegner im Spiel. Ich habe auf jeden Fall einen coolen Speer. Also, der Speer ist quasi plus 5. Weil der hat ja Blitz drauf. Oh, B-Spam. Oh, das wird bestimmt mir helfen. Ja. Schön B-Spam. Bin mir ja gerade nicht sicher, ob man die Lord Wessel auch platzieren muss im Schreien für die Wände. Äh, ja. Ich kann ja zum Feuerbahn schreien. Das ist ja kein Problem. Das ist ja kein Problem. So, dafür müssen wir einmal hier hin. Und dann Richtung Manus runter. Und die Nebelwand bei Manus benutzen. Durch diese Nebelwand kommen wir dann Richtung Feuerbahnschreien raus. Ja, es wäre so geil, wenn ich langsam aber sicher die Lord Wessel finde. Weil Lord Wessel ist ja nicht nur ein Key-Item, um das Spiel weiter spielen zu können. Sondern ist auch ein wichtiges Item generell. Weil man sich damit anfangen kann zu porten. Rum zu porten von Bonfire zu Bonfire. Und das würde mir diese unendlich langen Laufwege teilweise um einiges verkürzen. Das wäre halt perfekt eigentlich. Oh. Weil ich muss halt teilweise echt weit laufen. Ich muss hier runter. Und dann hier hoch. Wird Zeit für Lord Wessel. Ja, ich muss den Weg irgendwie finden zu... Gewinne wäre. Gewinne wäre. Ah, perfekt. Tod. Oh, ich dachte, ich falle runter. Nice. Still alive. Still alive. Also ist der Untergrund von Firelink Shrine nicht randomised. Ich denke mal, das Loch ist nicht gerandomised. I guess. Obwohl. Keine Ahnung. Ich habe mir tatsächlich bis gerade eben gar keine Gedanken drüber gemacht. Hast du Mana schon gelegt? Nee. Mana ist das einzige DLC-Boss, der mir noch fehlt. Was ist passiert, Chad? Ich habe doch hier in diesem Raum Atorias besiegt. Wieso ist hier wieder ein Bosskampf? Wait, du kennst das nicht? Nee. Was passiert? Hä? Wieso kann da ein... Wenn man Mausi kills, spawnen da zwei Mausis. Ist das so? Hä? Wie winzig Nito neben Cephas, ja. Hä? Das wusste ich gar nicht. Hä? Und was bringen diese zwei Mausoleumsflächte? Im Vanillagame? Wenn man die tötet? Hey, das wusste ich actually nicht. Hä? Wie dumm ist das denn? Mö? Rachel, wieso greifen die mich an? Ach, ich habe den Eid verlassen. Ich bin am anderen Eid gejoint. Nur Seelen, keine Ahnung. Hatte gar keinen Bock auf zwei Mausis. Ja, fühle ich. Aber die droppen keine Items oder so, oder? Okay, wieso gibt die mir ein, neue Items? Ich dachte schon kurz... Ich habe schon kurz Panik geschoben, dass mein Randomizer kaputt ist. Und jetzt irgendwie... Wir plötzlich einen neuen Seed haben, oder so. Ja, wenn... Ich hoffe, die droppen keine Items. Weil wenn die Items droppen, dann müsste ich die theoretisch töten. Und Chat. Wenn die keine Items droppen, dann habe ich actually... sehr viel Glück. Weil jetzt haben wir diese zwei schrecklichen Bosse an einem Ort, der mich nicht juckt. Den ich komplett ignorieren kann. Irgendwie habe ich mich verlaufen. Der Wald hat das mit mir gemacht, wofür er gebaut wurde. Ich habe mich verlaufen. Stimmt, ich muss ja gar nicht weglaufen, Chat. Ich habe einen Speer, den ich benutzen kann. Der macht Damage. Was für schrecklich Seed ist. Ich liebe Seed, aber der Kampf gegen den, wenn du halt eine beschissene Waffe hast, ist gar nicht mal so geil. Dementsprechend bin ich eigentlich ganz zufrieden, dass die dort sind und ich die nicht töten muss. Stark. Starkes Gameplay. Hier ist die Gameplay-Zentrale. Hier wird nur richtig krass geskillt. Ja, man kann auch seitlich dodgen, wenn er von oben angreift, aber. Ja, man kann einen nach hinten zurück dodgen, wenn er einen Cleave macht. Er hat einfach alles falsch gemacht. Und ich habe immer noch keine Items bekommen, um meine Estus zu verbessern, by the way. Junge, wie kurz ist dieser Speer? Glänzen eigentlich nicht Speere mit Länger? Das Average. Ich habe mich ein bisschen verlaufen. Ich glaube, ich muss vor der Katze sein. Ich muss zurück zur Katze. Jetzt finde ich den Weg zur Katze nicht. Ich habe mich komplett verlaufen. Wir kommen niemals aus diesem Wald raus, Chad. Aber dafür hast du zwei Mausis woanders. Hör auf zu reden. Okay, die droppen nichts, aber der Tail kann gecuttet werden. Ich habe doch, glaube ich, schon den Tail gecuttet, oder? Beim ersten Mausi? Habe ich den schon gecuttet? Ornstein und Smog sind einfach Mausi und Mausi. So, das habe ich hier verwechselt. Ich dachte, das kommt erst nach der Katze. Dieser Abschnitt hier. Aber der kommt eher in dem Teil. Ist ja kein Mausi mehr, sondern Steve. Ja, aber die Mausis ja, wenn es wirklich die zwei Mausis auch in den Pool, in den Randomizer Pool reingeworfen wurden, dann müssen ja noch irgendwo zwei Mausis auf mich warten. I guess. Aber crazy, ne? Wenn mal die Lords sich vereinen. Einfach so zwei Lords gemeinsam am Kämpfen. Anime. Ich habe hier unten noch den Sith. Ich könnte mir oben Bonfire holen und versuchen, Sith zu besiegen. Wie läuft? Ich bin gerade noch in der Orientierungsphase. War jetzt wieder eine Woche nicht gespielt. Ich muss mich erst mal wieder neu orientieren. Wasserfall ist sehr laut. Imagine alle Bosse mit 4 Kings zusammen. Die werden zu krass. Die kann niemand aufhalten. So, ich höre mal kurz oben Bonfire und dann versuchen wir mal, Sith zu besiegen. Und Havel. Havel nehmen wir auch mal mit. Ich versuche mal, Havel zu besiegen und Sith zu besiegen. Und danach, wenn wir das gemacht haben, können wir hoch zu zu Taurus-Demon-Nebelwand. Durch die bin ich noch nicht gelaufen. So, das ist ja eigentlich der scheiß Käfer. Muss er nicht mehr auch was poppen dann? Ein paar Bröckchen. Aber Sith, äh, dort hat er eventuell ein Item im Schwanz. Das stimmt. Es gibt einen Tail-Cut bei Sith. Theoretisch hat Sith ein Item, ja. Ich weiß gar nicht, wie das auch mit 4 Kings geregelt ist. Werde ich jetzt irgendwie... Boah, der Damage ist crazy. Kann ich jetzt theoretisch, wenn ich 4 Kings treffe, ist es dann nur ein King? Ja, wir, wir behalten uns erstmal Sith und Nito. Also wenn ich irgendwie an einem Punkt mal komme, wo ich nicht mehr weiß, wo ich weitergehen könnte, wo ich weitergehen kann, dann gehen wir mal Sith und Sith und Nito bekämpfen. Aber solange ich noch Optionen habe, gehen wir diese Optionen durch. Wir können auch hier hoch zur Nebelwand. Also wir haben auf jeden Fall hier noch genug Nebelwände. killen wir den Dick! Der Kick! Als ob das mich getroffen hat. Ich stehe hinter ihm. Ich schläge das Spiel. Wukong ist besser. Wukong Meisterwerk. Junge, ich habe auf TikTok einfach gelesen, jemand hat geschrieben, Wukong ist Videospielgeschichte. Wukong ist Videospielgeschichte und ein künstlerisches Meisterwerk. Übertreiben direkt, ja. Ich weiß, das ist kein schlechtes Spiel, aber come on, Alter. Chill mal. Videospielgeschichte und künstlerisches Meisterwerk. Esman Gold hat auch gesagt, das ist Game of the Year, das ist eine 10 von 10, wenn Stellar Blade eine 8 ist. Stimmt, Stellar Blade kam auch dieses Jahr raus. Boah, ich weiß gar nicht, was mein Game of the Year bisher ist. Ich weiß nicht mal, was dieses Jahr rauskam. Alles, was ich mit Wukong verbinde, sind deine Affengeräusche und der Propaganda-Banger. So, das Lichtigste. Ja, Elden Ring DLC. Ja, ist ja nun DLC an sich. Ja, ja, ja. Dying Light the Beast kommt doch nicht mehr dieses Jahr, oder? Ich glaube, das war für 2025 angekündigt. Bis nur nach... Nein, ich finde das Spiel nicht scheiße, aber zu sagen, es ist Videospielgeschichte und ein künstlerisches Meisterwerk ist ein bisschen übertrieben für ein Spiel, was sich einfach nur Ideen zusammengeklaut hat von FromSoft. I don't know. Nee, ich glaube, The Beast kommt nächstes Jahr. Boah, was habe ich denn dieses Jahr? Stimmt, Rebirth kam dieses Jahr. Also von From7. Stimmt, Rebirth kam dieses Jahr. Was habe ich denn dieses Jahr gespielt? Oh, dann machen wir doch den Wolf zuerst, I guess. Ich glaube, wir machen nicht den Boss zuerst. Rebirth war meine Lieblingsminigamesammlung des Jahres. Boah, ich habe keine Ahnung, was dieses Jahr kam, Chad. Ich habe dieses Jahr, glaube ich, aber auch echt nicht viele Spiele gespielt bisher. Wir haben im August, ich habe kaum Spiele gespielt dieses Jahr. Nein, nein, nicht Major Events. Kinito Pad war nice, habe ich gespielt. Home Safety Hotline habe ich im Stream gespielt, war ganz cool. Das ist alt, das habe ich schon auf PS5 gespielt. Boah, ich habe dieses Jahr echt nicht viel gespielt, ne? Tekken 8 kam dieses Jahr. Stimmt, Granblue war dieses Jahr auch. Das hat auch sehr viel Spaß gemacht. Stimmt. Persona 3 habe ich aufgeschoben. Terminator. Dann halt hier Final Fantasy 7 Rebirth. Und dann habe ich, glaube ich, nach Rebirth gar nichts mehr gespielt, oder? Was habe ich denn zwischen Rebirth und Elden Ring DLC gespielt? Habe ich doch noch Videospiele in der Zeit gespielt? Oder habe ich nur One Piece geschaut? Final Fantasy 14, das DLC, muss ich noch zu Ende spielen. Überhaupt anfangen. Gekauft habe ich es auch noch nicht gespielt. Boah, ich habe nichts gespielt? Dieses Jahr ist ja komplett traurig. Ich habe keine großen Spiele, also außerhalb vom Stream habe ich nichts Großes gespielt irgendwie. Außer Rebirth und Elden Ring. Fuck, ich muss mehr Spiele spielen. Scheiße, ich muss mehr Spiele spielen, Shit. Jetzt, wo Vengeance jetzt länger draußen ist, die, die es gespielt haben, wie sieht es aus? Zehn von Zehn? Crazy. Da ist Dawn Trail. Boah. Krass, wie wenig ich gespielt habe. Also ich habe dieses Jahr, also außerhalb von Stream, nur drei Spiele durchgespielt. Und das ist Rebirth, das Elden Ring DLC und das Rätsel-Game. Ach, Granblue Reelink. Granblue Reelink und hier Lorelei with the Laser Eyes. Vier Spiele habe ich außerhalb vom Stream durchgespielt dieses Jahr. Spiel mal Legend of Heroes. Ja, muss ich weitermachen. Und ich habe mir vorgenommen, dieses Jahr vor allem mehr JRPGs zu spielen. Wobei, ich habe dieses Jahr auch außerhalb des Streams Dragon Guard 3 nochmal durchgespielt und nochmal Neil Replicant außerhalb des Streams durchgespielt. Und ich will dieses Jahr auf jeden Fall noch Dawn Trail durchspielen. Ich will dieses Jahr auf jeden Fall noch Metapher spielen und keine Ahnung. Zählt das? Ich habe es durchgespielt. Boah! Die Keule. Ich muss mehr Spiele spielen. Es wird nicht mehr rumgepimmelt. Keine dummen Animes geschaut. Ich muss wieder gamen. Ich muss zurück zu mir selbst finden. Nein, nicht weniger Stream. Ich habe halt letzte Zeit, was ist das letzte Jahr, dieses Jahr außerhalb des Streams öfters so eher irgendwas geguckt oder einfach nur auf der Couch gepimmelt nach dem Stream und halt nicht irgendwie was gespielt oder so. Ich hätte dieses Jahr auf jeden Fall spielemäßig um einiges mehr schaffen können, ja. bei der Wo sind meine Tode? 90. Da sind wir jetzt bei der 91. 90. Du hast ja noch Zeit, ja. Wir haben schon August. Kannst du in einem Rando aus den Boss-Seelen Waffen schmieden? Ja. Ich habe auch so eingestellt, dass es eine Wahrscheinlichkeit gibt, dass anstelle von Boss-Seelen direkt die fertige Waffe gedroppt wird. Ende August, ja. Ich bin kein Alpha-Gamer mehr, nee. Ich kann nicht mehr am Ende des Jahres eine riesige Liste von Spielen anschauen, die ich auf PS5 gespielt habe oder diese jährliche Statistik, die man gezeigt bekommt oder so. Die wird richtig traurig aussehen. Ich kann am Ende des Jahres keine Tierlist machen mit Spielen, die ich dieses Jahr gespielt habe. Also kann ich schon machen, aber dann ist die Tierlist nach 5 Minuten abgearbeitet. Ja, Tierlist von 4 Spielen. Endlich bist du bei den erwachsenen Menschen angekommen. Ekelhaft. Dieses Erwachsensein. Bald Chat komme ich hier an in den Stream und sage Videospiele machen mir keinen Spaß mehr. Okay, cooler Rutscher. Bald bin ich einer von denen. Genau, ich bin schwanger. Nein, ich muss einfach wieder gute Spiele spielen. Nicht Spiele spielen, weil ich denke, ich muss sie spielen, sondern einfach Spiele spielen, egal ob neu, ob alt, weil ich sie spielen will, weil sie mich interessieren. Äh, Dragon's Dogma habe ich abgebrochen. Mal wieder eine Chance in Soul Slice geben, nee. Einfach mal ein paar Sachen durchgehen, die ich schon länger spielen wollte, ältere Sachen, vielleicht mal irgendwelche Klassiker, die ich schon ewig auf der Liste habe, um wieder Videospiele zu fühlen. War so lame, keine Ahnung, ich habe es nicht gefühlt. Ich habe Dragon's Dogma 2 leider nicht so gefühlt. Das hat bei mir irgendwie nicht wirklich Klick gemacht. Boah, da ist eine Wand hinter mir. Weil die waren schon immer da? Gute Einstellung, seitdem ich mich nicht mehr zwinge, JR Preachings zu spielen, ist mein Leben besser. Grenier würde doch auf Safe bocken. Grenier ist immer geil. Nee, gebaut. Die haben gerade einfach reingepatcht. Miyazaki guckt den reingepatcht. Ja, nicht immer versuchen irgendwie aktuell am Zahn der Zeit zu sein, irgendwie die aktuellsten Spiele zu spielen, weil alle darüber reden und man gerne mitreden möchte. Sondern wirklich einfach irgendwas, so wie bei, was ich gemacht hatte, bei Loreley and the Lasereyes. Das war auch so, ich habe es nicht gespielt, weil ich die Marke kenne, ich habe es nicht gespielt, weil ich es schon immer spielen wollte, irgendwie auf der Liste hatte oder so. Ich habe es nicht gespielt, weil ich es irgendwie spielen musste, weil es neu ist, damit ich irgendwie darüber reden kann. Sondern ich habe es mir angeschaut, dachte mir, der Arzt, der sieht irgendwie cool aus, ich probiere es aus. Und ich hatte Spaß. Loredana, genau. Auch wenn ich cheaten musste, ich musste bei paar Rätseln googeln. Bin doch nicht so ein Rätselgott, wie ich dachte. Ich musste zweimal googeln. Spaß mit Indie. Zocke auch nicht mehr das Aktuelle. Ja, ich habe Dragon's Dogma dieses Jahr gespielt, hat mich nicht gepackt. Jetzt Wukong packt mich irgendwie auch nicht. Ich brauche was Geiles. Und dieser Havel ist nicht so geil. Wie er da steht und wartet. Lol. Kann ich das wiederholen? Zero Escape Replay wäre auch eigentlich geil. wie steht ihr so zu lecker Käse? Käse ist schon lecker, ne? Stahlrüstung, ach du Scheiße. Okay. Cool neue Rüstung, Chad. Das war leckerer Käse. Leider kann man Zero Escape nur einmal zum ersten Mal spielen. Ja, Story mäßig schon, aber Rätsel finde ich kann man replayen. jedenfalls ich. Ich vergesse solche Rätsel. Ja, wie scheiße auf Rätsel ist. Ah, da ist er. Den suche ich. Nichts gedroppt? Diese Blitzhaun sind schon Satisfying, oder war der hier ganz oben? Ah, hier ganz oben ist er. Ah, da haben wir es. Drachenstein und Drachenscherbe. Äh, große Scherbe. Okay, ähm. Wir haben noch Sif, ne? Ich hab 11.000 Seelen. Eigentlich würde ich die gerne zurückbringen, die Seelen. Na Hause bringen. Ja, wir befolgen den Plan, den ich aufgestellt habe, weiter. Ich hab gesagt, wir machen, wir machen, ähm, Havel und dann Sif. Und dann gehe ich erst in die Stadt. Ich mach jetzt nicht wieder neue Pläne. Deshalb, ja. Ich geh wieder zurück zum Bonfire und dann machen wir den Wolf. Was ist ein Stitch? Das ist mein Lieblings aus Dark Souls. Das Wild Theme. Think Think out, dass die Spiele viele kleine Dinge haben, die dann auch beim zweiten Mal schön sind. Ja, finde ich auch. Beim Wolf gibt es auch ein Item, oder? Jetzt wo du es sagst, droppt Sif normalerweise ein Item? Den Ring habe ich schon. Der lag droppt Sif in Ring oder liegt der Ring hinter Sif? Nein, Sif lag hinter Sif lag man musste schon Sif töten, damit der ja genau, dann wird der Boss auch was droppen. Dann wird auch was droppen I guess. du hast mir nichts geschickt. Lüge. Einfach angelogen. Ach, im Kunst Channel. Achso, was ist das? Sogar die Angel Pose. Kommt da noch Joshua dazu? Joshua! Cute. Pixelart, ja. Beim Wolf ist ein Shop. True, wenn ich Wolf töte, kann ich auch den Shop aufmachen. True, true, true. Schlauer, schlauer Draghi. Deshalb müssen wir auf jeden Fall den Wolf machen. Wieso ist das Skelett eigentlich wieder da? Hinterm Stein war nur der Hornet Ring. Wobei, ich weiß gar nicht, wie das jetzt geregelt ist. Würde Sif nie, also anstelle von Ursprünglich anstelle von Sif ist ja eigentlich Hydra. So, und wie ist das dann mit dem Drops? Droppt Sif ein Item, weil die Hydra auch ein Item droppt? Oder droppt Sif kein Item, weil die Hydra kein Item droppt? Oder droppt Sif immer ein Item, egal wo er ist, weil Sif immer ein Item droppt? Der Drops ist gelutscht! Ich brauche 1000 Seelen mehr Stimmt, ich habe 72 Heimke Knochen, ich hätte auch einfach einen Heike Knochen benutzen können anstelle zu laufen. Ich glaube, ich brauche noch einen Zwei davon Hydra droppt Dragonscale und das Crown Ring Mache ich mir hier 10 Estus Komm, das ist ein Bonfire, was ich wahrscheinlich eh öfters benutzen werde, hier 10 Estus machen Ob der Drop droppt oder nicht droppt, lässt nur über seinen Weg feststellen Bus umhauen Genau äh Bus Boss So 10 Estus Abfahrt Heute zeige ich euch wie man einen Gott umbringt oder Gott tötet hat hat jemand die Referenz verstanden Ich Ich hab Ich hab mir jetzt auch mal Dark Souls geholt Oha Legende Busse machen mich auch immer wie klingt meiner Kindheit eingebrannt hat, dass sie das so sagt. Die Bosch ist schon eine Geile, ja. Ja, ich kann mir nichts merken, ne? Gar nichts. Aber dieser Satz, diese Szene, wie sie da steht, in diesem Wald, irgendwie voll eingebrannt. Bei mir ist es Wollt ihr ewig leben aus Battle... Junge, Battleforge. Das ist auch lange her. So! Wollt ihr schon mal im Finsterwurz? Aber habt das W mit F ausgetauscht? Ey! Chill, Snowflake! Okay, es wird ein bisschen kompliziert hier, Jett. Das wird hier ein bisschen kompliziert. Kannst du irgendwie hier mal rüberkommen? Weil da hinten ist halt noch ein Bogenschütze, rechts ist halt noch eine Riesenratte. Scheiß-Bogenschütze. Scheiß-Bogenschütze. Wann hab ich Damage bekommen? Ich dachte, der bleibt oben. Ich kann ihn von unten schlagen. Das war die Monsterize-Titelmusik, ja. Zwei Hits. Junge, dieser Scheiß-Bogenschütze da hinten. Keine Ahnung, wie viel Leben der hat. Ich hab auch keine Ahnung, ob ich viel Schaden mache, wenig Schaden mache. Ich hab absolut keine Ahnung. vielleicht ist das doch nicht so kompliziert mit dem mit dem Baum. Okay, jetzt wird's kompliziert. Also, jetzt tauschen wir die Rolle, I guess. Nein! Wieso ist er nicht gedeutscht? Und das Spiel stürzt ab. Weißer Twix? Weißer Twix. Dankeschön für den Prime-Sub. Ich weiß nicht, ob sich das lohnt. Also, lohnen wird sich natürlich das wegen einem Item und dann schalte ich einen Shop frei. Aber ich meinte, ob der Kampf, die Trice hier sich überhaupt lohnen, weil ich hab keine Ahnung, wie viel Damage ich mache. Ich seh's ja nicht. Keine Ahnung, ob ich ihm die ganze Zeit gerade 5 Damage mache oder so und der hat 5000. Ich seh's nicht. Das ist keine Ahnung, ob ich da jetzt eine halbe Stunde, wenn ich jetzt irgendwie eine halbe Stunde draufkloppen müsste, weil ich so wenig Damage mache, dann geh ich ja lieber erst mal was anderes machen und wir kommen später wieder. Jetzt in dem Final Fantasy 8 Run. Nee, ich denke nicht. Jetzt einen geilen Full Random Dark. Oh, machen wir schon. Geil. Wieso steht der nicht Damage? Das ist nicht Teil des... Äh, nee, aber der hat... Seine Lebensleistung ist halt extrem weit oben. Du siehst die halt nicht. Normalerweise ist das ein richtiger Boss in der Boss Arena, der unten eine dicke, fette Bossleiste hat und dann siehst du, wie du Damage machst. Aber der hier nicht in der Boss Arena ist, ist seine Bossleiste über seinem Kopf. Und auch meine Schadenszahl ploppt über seinem Kopf auf. Aber da er so groß ist, sehe ich es halt nicht. Ich habe ihn die ganze Zeit gerade anvisiert. Aber um ihn zu treffen, muss ich halt unter ihm stehen. Und wenn ich halt unter ihm stehe, dann kann ich ja nicht durch ihn durchschauen und gucken, wie viel Damage ich mache. Also schaffe ich irgendwie den Bogenschützen zuerst wegzumachen. Dass der mir nicht auf den Sack geht. Oder tötet mich der Wolf beim Versuch. Der hat mich getroffen. Der hat mich zweimal getroffen. Für mich halt so wenig. 100 irgendwas habe ich gemacht. Mit einem Sprungangriff. Ich glaube, der Hund ist dark meinst du? Ich sehe es halt auch unangesehen nicht. Da. 93. Okay, es geht. Der hat jetzt schon so ein Sechstel verloren. Als ob das trifft. Scheiße, er springt weg. Ich komme wieder hier runter. Danke. Danke. Ich bin mehr am halten, als am Kämpfen. Also beim ersten Mal funktioniert das Inge besser. Ey, das gibt es noch nicht. Ich kann nicht so schnell schlagen und dodgen. Ich muss halt warten, bis er angreift. Und dann. Wo ist er hin? Er ist weggeflogen. Hallo. 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 Der Double Spin. Ja. Einer ist es noch und er hat noch mehr als halbe Leben. Ich weiß, ob ich dazwischen gehauen habe. Boah. Was ist er? Ja, circa halbe Leben oder so. ein bisschen weniger als hälfte hat er just die already you that jrpg character you might und jetzt steckt er da für das chat hey wann hat er mich getroffen ich habe leben verloren der stirbt nicht der muss doch nur leben haben drachenknochenfaust man kann die gar nicht zweihändig tragen aber ich habe sie gerade zweihändig getragen weil ich die waffe vorher zweihändig getragen habe oder so jetzt hast du keine range ja dann test ich hier mein damage so 71 damage so der 77 so so bäume haben keine chance gegen diese waffe der bruder auch nicht weggeknüppelt wie findest du die gamescom bisher so cooler stand wo ist monte ist überhaupt auf der gamescom bist du auf der gamescom was ist das für eine waffe so ein drachenknochen so eine faustläufe was ist denn mit der ratte los wieso rennt sie denn immer weg ich bin mit orion erotik messe schon komplett ausgebucht und stimmt das dass die bei den bei orion immer immer backstage eine dicke fette orgie feiern oder sind das sind das nur gerüchte bin morgen auf der gamescom soll ich hier was mitbringen ne danke ich brauche nichts bin wunschlos glücklich so jetzt muss ich hier neu laden ja die riesenratte sollte angst vor dem knüppel haben kein lieber stein jetzt sind gamer stein hat rgb in sein arschloch rein oh meine freunde brauchen mich weg was muss ich machen damit das portal gespawnt dafür brauche ich die puppe ne ich ficke nicht ich fiste boah und das sind optimus prime stimme mit deinem ziemlich großer bleiben völlig korrekt okay Puppe war doch gemälde aber man brauchte doch irgendein item in die dlc zu kommen oder war das item im gemälde war da nicht irgendwas vor gland naja der goldene golem irgendwie nee ich bin doch los egal Also sagst du, wenn ich jetzt das Spiel neu starte, dann ist da ein Portal. So, wir haben hier große Scherben, wir haben hier ein Eisenrundschild und ein gelblicher Übermantel. Krass. Holen wir uns den gelblichen Übermantel. Ich glaub, der nachher hätte ich, glaub ich, ne gute Rolle. Was soll der Geiz, ne? Boah, das sieht cool aus. Ja, war ne Verschwendung. Schade. Äh, jetzt bin ich durcheinander. Wie kommt man in Dark Souls 1 in Steel Sea? Wo ist Ricky? Yo, Ricky, gute Nacht, ciao, ciao. Du brauchst noch ein Pendant vom Goldenen Golem. Vom Golem in den Duke Archives. Also musste ich doch. Wo war denn da ein Goldener Golem? War der da in diesem Kristallgebiet? Kein Goldener. Beim Eingang zur Bibliothek. Aber der gibt auch ne Puppe und die Puppe war doch für das Gemälde, meinte gerade Draghi. Die Puppe ist im Asylum. Stimmt. Du hast recht. Stimmt. Du hast recht. Ja, ja. Der Golem droppt das. Ich weiß aber nicht mehr, wie das alte Maus sah. Hab ich das vielleicht schon? Ich hab ganz vergessen, wie das alte Maus sieht. Ich hab kein Pendant. Ja, dann sind wir hier erstmal fertig. Dann lass uns mal zu den Plan befolgen, den ich aufgestellt habe. Und als nächstes gehen wir zur Nebelwand beim Taurus Dämon. Ohne Estus Flakons. Ich glaub ich hab, ich hab mich letztes Mal glaub ich auch in das Nest reingesetzt, um Richtung Asylum wieder zurückzukehren. Kann sich noch einer erinnern, wo ich rausgekommen bin? Nee, nee. Der Golem beim Eingang in Duke Archives, der war blau. Ey, ist da oben, was geht ab? Okay, wo kommen wir raus? Grüße! Dankeschön! Für elf Monate. Die große Leere, die verspüre ich jetzt. Ja, aber ich bin unten. Oh mein Gott. Oh mein, oh mein Gott. Ja, ich bin unten. Kann man von unten hochgehen, Chat? Gibt's einen Weg von unten? Ja, muss es ja, ne? Sonst kann man ja nicht. Wenn man nach unten klettert ohne Lordwessel, dann kommt er nicht wieder raus. Ja, natürlich gibt's wieder einen Weg nach oben. Okay, merken wir uns das, Chat? Äh, Taurus Dämon ist Baum unten. Da checken wir das auch später mal ab. Ich will mich mal, ich will mal versuchen, ähm, zum Dingens zu kommen. Zu den Gargoyles. Ich will dir mal kurz zeigen, wer hier der Boss ist. Und jetzt gehen wir zu den Gargoyles. Wie? Oh mein Gott, wo ist ja Oima, W wildlife zu machen. Wenn die nicht einfach alle hier runter droppen? Guck mal, die können alle wegen dem Typen, wegen dem Ele gifted Typen, können die nicht alle hier runter droppen, ne? Wenn die hier alle runter droppen würden, dann hätte ich ein Easy Game. Ja, okay. Die Reichweite davon ist so scheiße. Wenn ich ihn angreife, kriege ich selber Damage Ach du Scheiße 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 Das ist der Drachenzahn Äh Drachenzahn, die Drachen, der Drachenknochen Das ist eine Faustwaffe Eine von den dreien oder wie viel es in Dark Souls 1 gab Ja nur weil dieser Zentakeltyp da oben ist Habt ihr noch nie gesehen Ja ich seh die auch immer nur im Randomizer Ich hab keine Ahnung warum man die normalerweise bekommt Habt ihr bisher auch immer nur im Randomizer Randomizer Was hat der so viel Leben hat Ja okay Und was hat man so viel Damage macht Ich hätte den Feuertypen nicht angreifen sollen Ich hätte einfach durchrennen sollen Was hat die Faust so wenig Damage macht? Soll ich die vielleicht upgraden? Was braucht ihr für Materialien? Wahrscheinlich braucht die Drachensteine Und die sollte man eigentlich nicht verbrauchen Die braucht Drachensteine Ja Die sollte ich lieber nicht verbrauchen Die sollte ich fürs Late Game behalten Für eine gute Drachenwaffe Aber welcher Eid würde den Knochenwaffen geben? Drachenknochen Es gibt ja diesen Drachen Eid Aber der gibt nicht diesen Drachenknochen Kann sein, dass beim Nest Was dich zum Asylum zurückführt Dass ich da bei der gemalten Welt rauskam Weil ich weiß, wir waren letztes Mal in der gemalten Welt ganz kurz Ich hab mich ans Bonfire reingesetzt Hab ein bisschen dann gelootet Und hab dann mich wieder rausgeportet Kann sein, dass ich da rauskomme Bist du Sau Hab ich Dark Souls gehört? Ja Die wird episch gegamed Was war das denn gerade? Wieso wurde seine Hä? Die Animation war gerade super weird Ja, ich muss den Feuertypen unten töten Weil der wird mich die ganze Zeit von hinten anschießen Aber damit ich den Feuertypen töten muss Muss ich glaube ich auch alle jetzt hier Du dummer Wichser Das war mit ganz viel Hass Ja, ist doch gut! Ich muss die eigentlich alle auch hier draußen töten Weil die werden mir Wir werden mir jetzt alle hier Werden mir jetzt alle reinfolgen Habt mir gerade Holi gegönnt Stark Jetzt kommen die doch nicht Letztes Mal kamen die runter Wo kommst du denn jetzt her? Ich wollte den hier runterlaufen So, jetzt kann ich in Ruhe den Feuertypen In Ruhe den Feuertypen Wenn da oben jetzt ein Bosskampf ist, ne? Muss ich das hier jedes Mal machen Für jeden Boss-Try Wie sehr haben wir Bock drauf? Das ist so cool, Mann Weggeboxt Der hat keine Treppen-Animation Äh, Leiter-Animation Der kann nicht runterkommen Ernsthaft? Okay, dann halt Ja, okay, dann halt so Dann eben so Weil wie mein Charakter kurz gestöhnt hat Oh So Bitte kein Boss Bitte kein Boss Bitte kein Boss Bitte kein Boss Wow Ich bin beim Boss-Chat Was passiert jetzt mit den ganzen Skeletten? Werden jetzt auch alle gerandomized? Ich glaube, das ist Smaug-Chat Ich glaube, das ist Smaug Oh, das ist Ornstein Das ist der kleine Ornstein Noch ein großer Ornstein? Wieso gibt es zwei große Ornsteins? Scheiße, die Skelette sind trotzdem da, Chat Boah, das ist der schlimmste Kampf im ganzen Spiel Okay, das ist der schlimmste Fight im ganzen Rando Okay, das wird der schlimmste Kampf im ganzen Rando sein Ich habe eigentlich 1 zu 1 gerandomized Das wird der schlimmste Kampf im ganzen Rando sein Aber immerhin eine Sackgasse, ja Aber der droppt vielleicht ein wichtiges Item Äh, ich spiele mit einer Challenge Dass ich nur das ausrüsten darf, was ich bekomme Das wird automatisch ausgerüstet Und ich darf es nicht ablegen Deshalb darf ich keine Ringe auswählen Ich denke, wir werden das machen mit Entweder, wenn ich eine gute Waffe habe Dass ich die Gegner easy dort killen kann Oder Ab einem Punkt, wenn ich nicht mehr weiter kann Und das der einzige Weg ist, den wir noch haben Könnte ich theoretisch auch meine Waffe auf Äh Auf Dingens machen Heilig, oder was war das? Dass ich damit Gegner Dass die Skelette damit nicht wiederbelegt werden Vielleicht werden die Gegner gar nicht wiederbelegt Ohne Nito Hab vorher erst auf YouTube den ersten Part gesehen Ja, das ist so gesehen der dritte Ich habe leider in den letzten zwei, drei Wochen Auf dem WOD-Kanal ziemlich, ziemlich reingeschissen Okay Okay, okay, okay Jungs Jo, ciao Es geht Jo, der Double Hit Mit der Forstwaffe Kleine Scherbe Nice Durch den Random ist das mega schwer zu bewerten Ja, erstens das Ja, erstens das und zweitens Kann man eigentlich auch die Parts Sag ich mal Durcheinander schauen Weil ist eh alles random Man kann jederzeit einsteigen Jederzeit aussteigen Es ist immer random So, wir holen uns das Bonfire hier unten Den hätten wir von Boah, stimmt Chat Vom 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 Feuerbandschrein aus Wenn man hier hochläuft Da unten ist ja eine Nebelwand Und die habe ich schon von der anderen Seite Vom Feuerbandschrein schon einmal Auch schon Versucht Aber ich habe keine Ahnung mehr, was da war Was war da? Moment, wir haben einen Shop hier noch unten Ich kann den Shop abchecken Bevor ich zur Nebelwand gehe Imagine sich Dinge aufschreiben Das ist langweilig Oh Baffel ist so kacke, ne? Die macht so wenig Schaden Und sieht so dämlich aus Was macht denn der Bruder da unten? Der gibt 2000 Runen? Und der respawnt ja jedes Mal Junge, wir können grinden Nebelwände sind auch random Alles ist random Wurm Hoppa So, wie sieht es aus mit Shop? Wir haben hier Sehr teure Heimkehrknochen Wir haben hier ein paar Seelen Die ist recht günstig Die nehmen wir mit Die ist auch recht günstig Die nehmen wir mit Jemand ist gestorben Das nehme ich mit Die ist recht günstig Oh, die kostet einfach nur eins Die ist recht günstig Ähm Große Scherben für 100 Oh, das ist sehr günstig Kleine Scherben für 100 Okay, wir haben hier einen Richtig, richtig guten Shop gefunden Dämonen-Titanit Für 1000 Das ist ein richtig guter Shop Stachelschwert Für 250 Junge, der Dämonenhammer Für 200 Den können wir im Late Game abholen Elite-Ritter-Rüstung Verstärkt Okay Den Hammer können wir im Late Game abholen Muss ich mir nur merken, ne? Werde ich nicht Stachelschwert geil Bestimmt geiler als die Scheiße Die ich hier habe Da habe ich noch 4000 Äh, 4000 Seelen Und ich mache Nochmal hier ein paar rein Ach, die davon hat er noch Zwei Stück leider Davon kann ich unendlich kaufen Ah, davon hat er auch nur einen Schade Okay, gut Dann kann ich doch nicht unendlich kaufen Dann kaufe ich mir noch ganz viele von den Kleinen Die sind recht günstig Mal schauen, was das Schwert kann Thank you kindly Ich könnte theoretisch den Händler noch töten Ne? Dann droppt er ja auch was Aber Wir behalten ihn erstmal Als Händler für kleine Steine Und natürlich den Dämonenhammer, den er hat Junge, diese traurige Musik Wo sind heute schon Bosse geschlachtet? Äh, ja Sylva hat mir besiegt Bisher Äh, ja Ich kann mal abchecken Was nochmal da war Bei der Nebelwand Ich weiß es nicht mehr War das Äh, war das, was? War das der Schwertwolf? Ja, ja Finsterhand Oh, Mann Die nächste Forstwaffe Ah, stimmt Hier war ein New London Oh, die ist gar nicht so schwach 117 Oh, ne, ist okay Reichweite ist halt für den Arsch Aber hey Ähm, okay Dann port ich mich mal kurz wieder zurück Äh, Sylva war anstelle von der Hydra im Wald Ja, Schwert zu kaufen hat sich richtig gelohnt Okay 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 Ich kann ja den rufen, ne Vielleicht ist der stark Könnte man damit nicht irgendwie Leben aussaugen oder so Ich glaub, das geht bei Gegnern nicht Nur bei NPCs oder PvP Chat, geht das bei normalen Gegnern nicht? Wir machen's bei dem Magier Wir testen's beim Magier aus Okay, 50 Damage Bringt gar nix Nice Bin seit Jahren stiller Zuschauer Genieße den Streamer als Background Noise und wollte Hallo sagen Und den Leuten einen schönen Abend wünschen Kuss Komm heim Ich glaub, das geht nur bei NPCs oder echten Spielern Dann grabt man die ja glaub ich und saugt denen irgendwie HP aus oder so Ich will mein Schwert wieder haben Mh Ah Der Damage Junge Zwei Tode noch Dann haben wir die 100 geknackt Der Scheißpilz, Mann So Den lassen wir in Ruhe Ey, das Okay, jetzt 99 Tode Ab jetzt No Death Wo ist der Damage? Okay, das war's mit No Death Chat Die 100 geknackt Die machen ja hier alle ultra viel Damage Der Scheiß Zombie macht mir einfach halbe HP weg Wenigstens ist die Ratte eine Ratte So Lieber Pilz Ich bitte dich Kannst du da rausgehen Und mich in Ruhe looten lassen Ja, okay Gab's hier nicht da? Ist noch ein oben-Item? Eine Albino-Watte Ja, renn Renn Eine riesen helle Bade Okay, nice Nice Nun können wir spielen Okay, die macht keinen Damage Okay, wahrscheinlich nur bei dem so wenig Weil die haben ja generell super defensive Stats Diese Crystal Boys Wusste gar nicht, dass diese riesen hellbarde Blitz Damage macht Da oben auf dem Turm war glaube ich nur ein Item Ich weiß nicht, ob ich sie schon mal gelootet hatte Kristallmonster, so ass, ja Mag die auch nicht Okay, nicht Hab ich hier schon gelootet Oh, ist ne gute Waffe Wenn wir die upgraden würden Damage abfahrt Deshalb, wenn wir jetzt irgendwie einen krassen Boss finden Dann könnte ich theoretisch diese Waffe upgraden Und dann machen wir den Boss damit Chat, ich hab so Angst vor ihm Oh mein Gott Bin ich gerade zweimal gefallen Wenn ich halt diesen Typen töte Da kommen ganz viele scheiß Würmer aus ihm raus Und dann ist hier wirklich die Hölle los Oh Jetzt Jetzt hab ich ihn Draghi, war ich bei dem Händler bei der Chaos-Tochter? Ne, immer noch nicht, ne? Hab mit der hellbarde meinen ersten Dark Souls-Run-Bandet Echt? Crazy Obwohl die Blitz ist Ich hab Angst rauszutaben Da war ne längere Nachricht Okay, keine Würmer? Nice, keine Würmer Okay Scheint wohl im Rando anders zu funktionieren Mit den Würmern Und die Waffe macht bei Gewinn guten Damage? Nicht Blitz-Ultra-Arschendark Souls-1? Ja, man Imagine Da würden richtige Gegner rauskommen Einfach mal so Taurus-Dämonen Und Ziegen-Dämonen Aus Isar-Liv So, hab ihn Der Sau weg Der droppt sogar was Stark Das war's mit der hellbarde Schade War ne gute Waffe Und ein Riesenschild Perfekt Heute wird nicht mehr gerollt Wohl Geht noch So Hm Genau Wir können die Nebelwand von innen hier noch checken Also hatte damals paar Trice gebraucht Aber Damage war okay Echt Ich dachte Blitz ist fürchterlich bei Gewinn Hallo Ich bin gerade am Respawnen Keine Ausdauer Crash Ja, ich liebe auch Dark Souls Egal wie oft Ist das immer geil Erste Teil Einfach immer wieder nice So Die Nebelwand von der Seite aus Aber das Dieses Gebiet hier scheint schon Durch den Randomizer etwas höher skaliert zu sein Die machen hier schon recht viel Damage Und tanken sehr viel Okay, wo komm ich raus? Bosskampf? Können die ruhig machen Der Weg ist hier nicht weit Anolondo Erste Mal Anolondo Okay, es regnet Gegner Oh mein Gott, da ist auch noch ein Gegner Scheiß, ich hab ein Problem, Chat Ich hab ein Problem Wow Als ob das nicht Damage gemacht hat Weil es ist angenehm hier zu kämpfen Ja, er ist Randomizer Alles ist Komplett Chaos hier gerade Ich bin ehrlich Ich hab in meinem ersten Play noch nicht drauf geachtet Wogegen Die Gegner schwach sind Ja, ich natürlich auch nicht Aber Ich dachte, das fällt dann halt auf bei Gewinn oder so Ich weiß, dass ich damals auch Blitz gespielt hatte In meinem ersten Run Ich hatte einen Blitz Uchi Katana gespielt Und dann Musste ich in Anolondo aufgeben Weil Ornstein Sehr wenig Damage bekommen hat Durch meinen Blitz Katana Okay Spammen wir jetzt den selben Angriff Mal die ganze Zeit nur? Den kann ich zum Fallen runterbringen Komm Komm, spring Spring Aber gut Uchi Katana Ist eh recht schwach Da macht sie generell nicht so viel Damage Das Dex Run halt, ne? Imagine, Daxos 1 Dex Run machen Boah, boah, boah Er hat einfach über mich drüber gehauen Und schon wieder daneben Lol Jetzt stirbt doch Du hast doch gar kein Leben mehr Letzte Estus Er stirbt einfach nicht Finally Loot? Kein Loot Okay Natürlich Äh, von der Richtung aus bringt mir gar nichts weiter zu gehen, oder? Da unten gab es auch kein Item, glaube ich, ne? Also wir können einmal den Kronleuchter runterhauen Oh, der ist schon unten Okay Weil ich glaube, da unten gab es keine Items mehr, ne? Ich bin mir auch nicht mehr sicher Doch, ich meine schon echt Kriegt er gerade Damage? Was macht er da? Ja Ich renne schnell durch Der ist eine Muschel Ne, hier ist kein Item, siehst du? Ich weiß nicht, ob er auf dem Balkon Aber ich glaube, auf dem Balkon war auch kein Item Und ich will da jetzt nicht runter Ich werde sterben, wenn ich da runtergehe Das ist ja noch der Skelett Die Muschel wird mich nie wieder nach oben lassen Äh, okay Also ist hier nur Sackgasse Ich kann hier sonst nichts machen, ne? Darüberjumpen vielleicht noch Aber ich glaube, das schaffe ich nicht von hier aus, ne? Wie kommt man da rüber, Chad? Was ist der eigentliche Weg, um da hinzukommen, zu der Truhe? Was ist der normale, reguläre Weg? Vor Onzan und Smao habe ich Angst Auf die beiden freue ich mich überhaupt nicht Es hat lange gedauert, bis ich mir abgewöhnt habe Immer wegzurennen in Elden Ring Und von den beiden gibt es keinen Kommen Wenn du Elden Ring geschafft hast, dann wirst du Onzan und Smao easy schaffen War der bei der Statue entlang? Wie bei der Statue entlang? Ach, da unten runter Und dann die Treppe da wahrscheinlich hoch, ne? Und dann hier rein Gibt es hier einen Gegner? Ist der Platz, wenn er stirbt? Boah! Cooler Move Ja, okay, wie tanky der ist Er kotzt einfach Okay So, was haben wir hier so Schönes? Giftnebel Ja, das war's, ne? Was war noch auf der anderen Seite? Boah, ich dachte, ich fall runter Ist das ein Gegner? Ach, hier, natürlich ist die andere Seite Ich bin dumm Okay Okay Ich muss kurz überlegen, wo wir als nächstes hingehen Wir können das Wasser ablassen Wir können theoretisch das Wasser ablassen In Neulondo Und dann diese Nebelwand hier benutzen Die nach Neulondo führt Und vielleicht portet die mich auf die Seite vom Boss Und dann haben wir da einen Bosskampf Hey, ne, ich hiebe, es geht ab Oder die portet mich aus der anderen Seite raus Raus aus dem Bossraum Das wäre nicht so geil Ich habe fast 40 Stärke Boah, was war das für ein Sprung? Keine Fatroll, ne, keine Fatroll Ich habe ja ein bisschen Ausdauer gelevelt So schlimm ist das nicht Also es muss schon richtig ekelhafte Rüstung jetzt kommen Ich meine, ich habe schon eine recht schwere Hose Und ein dickes Schild Gut möglich, dass wenn ich jetzt eine dicke Rüstung bekomme Dann bin ich schon wieder beim Fatrollen Bisschen Abendauskling mit meinem Lieblingsstream Und meinem Lieblingschat Gesprochen wie ein Löwe Du hast Ja, theoretisch kann man auch so schrottkarten hier Nie gemacht Wenn man schnell die Menschlichkeit haben will Und nicht unten lang gehen will Kann man einfach so rüberhüpfen Und wenn ich schon beim Feuerbahnschrein bin Check ich nochmal kurz Der Pilz Check ich nochmal kurz Wo das Ding jetzt einen hinbringt Das Nest Äh, Runlife ist ja ganz gut Heute nur noch nicht so viel gestorben Heute läuft ganz, ganz angenehm Ja, die Pilze sind immer schon so tanky gewesen Recht tanky und recht stark Vor allem die großen Pilze Und ich habe halt Habe ich gerade dasselbe Schwert nochmal bekommen? Ich habe halt eine Waffe plus null Normalerweise, wenn du die Pilze zum ersten Mal triffst Dann hast du auch eine bessere, stärkere Waffe eigentlich So Ja, entweder wir gehen nach Neulondo Und machen das Wasser weg Wir können Richtung Katakomben gehen Wir können einmal hoch zum Vogel gehen Wir können nach Schandstadt gehen Ich check mal kurz den Vogel ab Wenn ich schon hier bin Die gemalte Welt kann ich ja eigentlich gar nicht machen, ne Wenn ich da jetzt lande Weil ich brauche hier den Schlüssel, um die gemalte Welt abzuschließen Und wenn ich den Schlüssel nicht habe Kann sein natürlich, dass er genau auch in der gemalten Welt spawnt, ne Oder habe ich ihn schon? Generalschlüssel Öffnet Kerker Öffnet Eisengitter Öffnet Tür zum unteren Teil der Stadt der Untoten Öffnet Tür der Tiefen Öffnet Kanalkammer in den Tiefen Öffnet in den Tiefen Tür nach Schandstadt Öffnet Riesezelle im Archiv Verborgener Wappenschlüssel Was ist der Wappenschlüssel, Chat? Was ist der verborgene Wappenschlüssel? Könntest du meinen After signieren, bitte? Äh, ich bin dieses Jahr nicht auf der Gamescom Ah, hier komme ich raus True Die Puppe ist der Schlüssel? Ne, ne Ich meine was anderes Ne, man brauchte gar keinen Schlüssel Ich habe gerade an das große Tor gedacht Was man öffnen muss In der gemalten Welt Aber das Tor öffnet man ja In der Kanalisation Mit so einem Drehrad Äh, ich habe Spiderman schon gespielt Ja, das öffnet man ja unten So eine Kanalisation In diesen Dreckstunneln da Aber wofür ist der Wappenschlüssel? Was denke ich schon mal bei der anderen Seite vom Schmetterling Also die, wo man normal zu dem kommt Ne Da komme ich auch nicht normal hin Weil Ähm Uh, Großschwert Nice Äh, auf dem Weg Zum Schmetterling Geile Rolle Äh, ist ja da beim Bonfire im Wald Auch schon eine Nebelwand Also ich war noch nie in dem Bereich Zwischen der Nebelwand Und der Schmetterlingsnebelwand So, wir haben hier eine Nebelwand Ich habe eine geile Waffe Aber ja, jetzt eine Fatroll, ne Aber du warst schon hinter Hinter dem Schmetterling Ja, ich war in dem Turm von dem Schmetterling Nach dem Schmetterlingskampf Ich war im Schmetterlingkampf selbst Aber ich war nicht in dem Turm vor dem Schmetterling Und nicht in dem Wald vor dem Schmetterling Wappenschlüssel ist glaube ich Die DLC Uuuuh Mit Fatrollchat Let's go Ich schilde einfach So, was will er machen? Was will er machen, hä? Der Wappenschlüssel bringt einen Irgendwie zu Goff Goff, okay Goff, Goff Ich hatte gehofft, der Wappenschlüssel war für Goff's Helm Goff's Helm Wo wir gerade beim Thema sind Ah, jetzt Äh, ich hatte irgendwie gedacht Der Wappenschlüssel war vielleicht für Äh, Neulonde, um das Wasser abzu Abzumachen Wegzumachen Ist das Ziege? Ist das ein Drache? Welcher Drache denn? Wer ist das? Wer ist das? Ist der so ein Schwanz wie der Skorpion irgendwie? Ja, das ist der Skorpion Boah, der Damage Ist ja crazy Das hat mich getroffen Boah, der Damage Boah, der Damage So, ich schreibe es mir mal auf Und dann ist da Äh Skorpion Boss Os Os Nos Ja, my guess Neulondo Ey, wann kriege ich denn bitte endlich Feuerhüterseelen? Ich will stärkere Estus haben Was soll das? Ich glaube immer noch plus null Estus rum Also, hätte ich jetzt eine vernünftige Rolle gehabt Hätte ich gesagt, okay Lass Waffe upgraden Wir machen den Skorpion Aber mit der Rolle Aber mit der Rolle gegen den Skorpion Ich weiß nicht Ja, ich kann auch noch Blytown Aber ich will Neulondo mal abchecken Weil Blytown ist Könnte halt echt scheiße sein Weil Wenn da unten irgendwas Geiles ist Und ich dort länger bleiben will Dann will ich ja das Bonfire mitnehmen Und wenn ich das Bonfire dort mitnehme Dann komme ich vielleicht nicht mehr so easy hoch Oh mein Gott Dann komme ich nicht mehr so easy hoch Wenn da alles ekelhafte, randomize Gegner sind Die mich nicht hochlassen Und deshalb wollte ich Schandstadt eigentlich ein bisschen aufschieben Mit der Hoffnung, ich kriege die Lordwessel So, dass ich mich da unten wegporten kann Mich hat gerade ein Pilz angegriffen, ja So, 10 Uhr schon Aber Schandstadt unten ist natürlich sehr viel Loot zum Looten Okay, jetzt nochmal Aber ruhiger Nicht alles auf einmal an Gegnern pullen Sprungangriff 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 Okay, juck den nicht Also Langsam Aber sicher kann er doch gestacken Er heilt sich Aber ist das nicht unfair? Hab ihn Goldenes Item? Kleine Scherbe Ich hab alle Froms aufs Spiel gespielt Wer hat mich hier mit Pfeil und Bogen angeschossen? Du miese Sau Wieso nimmt die Ratte so wenig Damage? So Ich bin stolz auf dich Dein Stolz brauche ich nicht Brandbombe Da ist der scheiß Pilz Geiles Gameplay, oder? So Gut, was haben wir so schönes hier im Shop? Ach, ich bin zu dumm, oder? Ne, doch nicht Ähm Große Seele Große Scherben Und ein Zauberstopp Für 500.000 Seelen Crazy Come back soon Come back soon Okay, wo bin ich nach hinten drauf, Alter? Ist im Randomizer Das Haus Unter dem NPC Eigentlich Eine komplette Hölle Schon, oder? Die ganzen Geister sind ja weg Und da muss da ja jetzt eigentlich mega die Hölle los sein, ne? Die Geister sind weg Und dann sind da jetzt ganz, ganz viele Gegner Aber die können dann wenigstens nicht durch die Wand gehen Die Geister kommen ja alle durch die Wand Das wird ein echtes Fun-House Ja, hast du Angst bekommen, ne? So Moment, reagieren die nicht? Weil das Geister normalerweise sind? Nee, der andere reagiert Aber die pinke Echse ist irgendwie eingeschlafen Oh mein Gott Bumpt Ja, was würdest du sagen, was das für ein Wesen ist? Wenn keine Echse Er hat Flügel wie so ein Mini-Drache Aber er ist kein richtiger Drache Also Mini-Echse Ich hab ihn gleich Da So So, da hinten wäre ein Item Gargoyles Aber das Item zu bekommen Könnte ein bisschen knifflig werden Weil da ist so ein So ein schwarzer Dark-Rave-Ritter Habe ich gerade neun Damage bei ihm gemacht? Habe ich gerade neun Damage bei ihm gemacht? Nee, doch nicht Boat, zum Glück ist der AFK Scheiße Oh mein Gott Ich fall gleich runter Bad Wing Demon Halber Batman oder was? Wenn er mich trifft Bin ich unten, ne? Scheiße Das ist der Dumm Komm nicht ran Ist immer noch kein Treffer? Ich treff den nicht? Brandbomben Meinst du, die machen so viel Damage bei denen? 24 24 24 24 24 24 24 Da komm ich nicht dran? Bin ich dumm? Scheiße Ich will dieses Item da haben Was ist das? Junge, ist das scheiße! Noch eine normale Brandbombe. Nee, wieso komme ich denn nicht an ihn ran? Ich glaube, ich habe es, Chad. Schön Stück für Stück. Nur um da gleich irgendein Trash-Item zu looten. Hier ist normalerweise eine Feuerhüterseele. Also ein Item, mit der ich meine Heilung verstärken kann. Und hier ist jetzt ein Wunder und ein Brocken. Boah. Oh Mann. Da ist noch ein Gold da. Dafür habe ich jetzt neun Heilungen verbraucht. Mann, oh Mann. Was ein Abenteuer. Wieso sind hier so viele Geister? Ja, aber Humanities sind ja quasi Geister, oder? Das ist ja die Menschlichkeit. Aber ohne einen physischen Körper. Der Kleine. Das ist ein Baby. Hier töte ich jetzt ein Kind. Ah, ah, ah. Ein Kind tötet mich. Ja. Oh Mann. Was ist das für ein Drecksloch? Ah. Ah. Ja, ich habe keine Heilung mehr. Ich bin dann mal weg, ne? Scheiße, ey. Mich jetzt dann nochmal neu durchkloppen? Boah, ich weiß nicht. Haben wir noch einen anderen Weg? Ah. Ich habe die 40 Stärke voll. Nice. Was hast du verkauft, du Pimmel? Geil. Gemaschen der Gunst. Das hier. Versuche ich wieder zu den Gargoyles hochzugehen? Ja, I mean, wenn ich meine Waffe upgrade, ich trau mich halt nicht, ne? Aber ich meine, wenn ich meine Waffe auf plus 5 mache, dann mache ich vielleicht ein bisschen solideren Damage, sodass wir ein bisschen schneller vorankommen. Aber ich trau mich nicht. Eigentlich ist das dumm, sich nicht zu trauen, ne? Ich kann mir die kleinen Steine für einen Hunni kaufen. Das ist ja nichts. Das ist einfach gar nichts. Das ist quasi kostenlos. Ich sollte nicht so geizig sein. Ratte, 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 Ratte! Ne, ich kann easy auf plus 5 machen. Ich wusste, dass wir es versuchen müssen. Ja, es war frei. Es war komplett free. Komm, wir machen die Waffe auf plus 5. Okay, das war zu viel Scheiße. So. Okay. Ne, es war genau richtig. Okay. Um eine Waffe auf plus 5 zu bringen, brauchen wir 4000 Seelen. Okay. Ich habe noch nie einen Soul Slack gezockt. Mit welchem Teil sollte man am besten anfangen? Auf jeden Fall FromSoft. Und dann guckst du einfach das, was dich so am meisten anspricht. Wenn du keine Probleme hast mit einem slowen Gameplay, kann ich dir halt Dark Souls 1 sehr empfehlen. Wenn du nicht so mit Clunky alten Spielen klarkommst, dann halt etwas Neueres, wie jetzt direkt Elden Ring oder so. Und wenn du keinen Bock hast auf Open World, dann Dark Souls 3. So, jetzt Stück für Stück. Okay. Okay, ich glaube, das wird mit Stück für Stück hier nicht so einfach funktionieren, Chat. Guckt euch diese Stücke an, da. Was mit 2? 2 ist toll, aber sollte man vielleicht nicht unbedingt als erstes spielen. Sondern vielleicht irgendwie mal, wenn man die anderen Teile schon mal gespielt hat. Und dann sich denkt, boah, das ist echt eine tolle Serie. Ich würde gerne mal wissen, was FromSoft noch so gemacht hat. Und dann vielleicht. Okay, nice. Wo ist der Silberritter? Silberritter steckt fest. Er wirft mit Messern nach mir, Chat. Hinrichtung. Oh. Ich will nicht die Ratte treffen. Ich will nur den Silberritter treffen. Die Ratte ist frei. Der Silberritter jetzt auch. Doch nicht? Doch, jetzt. Boah. So. So macht man das. Ach, bumm. Ich hab den Wurm nicht getroffen. Ich hab den Wurm nicht getroffen. Ich hab den Wurm nicht getroffen. Jet, wenn da jetzt oben hinter der Nebelwand ein Boss ist, dann haben wir ein sehr großes Problem. Ich muss dann jedes Mal das hier machen. Spielern, ne fucking Humanity kommt da jetzt an. Nein, ich steck fest. Nein, 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 nein. Nice. Okay. Elden Ring ist irgendwie nichts für mich, to be honest. Ich habe Dark Souls 1, Hollow Knight und Sekiro gespielt, aber Elden Ring ist irgendwie nichts für mich. Ja, ist halt Open World, ne? Muss man mögen, I guess. Holzmasern Ring, das ist der Ninja Flip Ring, ne? Nee. Ähm, verlangsamt die Abnutzung von Waffen? Oh, doch nicht. Boah, ich habe da so einen Scheißmark hier. Die machen immer so viel Damage, ne? So. Mal ein bisschen hier aufräumen in der Kapelle. Zauberglut? Wie wäre es mit der großen Glut? Langsam, aber sicher. Damit ich meine Waffen auf plus 10 machen kann. Das wäre schön. So, oh boy, komm raus. Ah, mh, ah. Äh, nein. Okay. So, den können wir gleich umbringen. Ich hoffe nicht, dass der jetzt mir die Feuerhüterin umbringt. Weil der tötet ja irgendwann die Feuerhüterin, wenn man irgendwie storymäßig weit genug voranschreitet. Und ich habe jetzt schon irgendwie so zwei von den Seelen der Lords. Nicht, dass das schon bei ihm irgendwie triggert, dass er jetzt tötet? Dann kick sie ihn. Ich weiß halt nicht, ab wann. Also nicht, dass ich jetzt, wenn ich jetzt, keine Ahnung, dass jetzt schon zu spät ist quasi. Wenn ich jetzt zum Bonfire gehe, dann ist es schon tot. Okay, let's go. Oh. Oh, bitte kein Boss. Bitte kein Boss. Also ist das ein Boss? Aber wie funktioniert das jetzt hier? Steht er gleich da an der... Fällt er gleich direkt runter? Steht er in der... Also steht er davor? Oh. Normalerweise ist hier ein Boss, der so an der Kante hängt. Äh, nicht an der Kante hängt, sondern in der Lava steht. Der steht unten in der Lava, ist so riesig wie ein Riese. Riesig wie ein Riese. Und... Okay, er steht jetzt einfach nur hier oben. Ist ein Gargolius. Okay. Er wird noch nicht getriggert. Ich kann seinen Schwanz abhacken. Silbermünze. Diese gedämpften Sounds hier. Boah, Baby. Boah, boah, boah. Ich mag den Song. Boah, ich dachte, der kriegt mich noch. Kurz Panik. Das heißt, wir haben jetzt aber die Lava weg. Wir haben die Lava weg. Die Lava ist weg. Wir können hier weitergehen. Ich vermute, der Trigger ist entweder beide Glocken läuten, Eisengulm killen oder Arno Londo betreten. Maybe sogar erst Onstein killen. Ja, mal schauen. Wir werden es ja gleich sehen. So, hier gibt es noch... Okay, irgendwas ist gestorben. Nochmal. Okay. Hier ist noch ein Item mit einem ganzen Rüstungsset. Das sind jetzt vier Items, die ich hier bekomme. Okay, doch nur zwei. Gelbliches Leinentuch und Pyramantie-Feuerkegel. Alter, geile Hose, man. Demon-Souls-Referenz. Moment, ist das ein Set-Chat? Gelblicher Mantel? Ja. Nice. Wie schwer ist dieser Scheiß-Helm eigentlich? 6, 5. Gehört auf jeden Fall zu den schwierigeren Helmen. War ultra verwirrt, warum mein Ton asynchron war. Dann gesehen, dass ich den Stream in dem zweiten Tab noch offen hatte. Und den aktuellen Tab gemutet hatte. Stark. Ey, was ist das für ein cooler Effekt im Chat? Steht hier. Wow. So. Ja, ich porte mich zurück. Zum Feuerbahnschrein. Dann kicken wir den Boy runter, wenn er noch da ist. Holen seine Items noch. Ist Ornstein und Smao getrennt? Ja. Also, die können theoretisch auch zusammenkommen. Mit ganz viel Pech. Das kostet 40 Bits. Oha. Hat sich gelohnt. Ich würde ab jetzt jede Chat-Nachricht so schreiben. Helm? Oh, Rittergemaschen. Das war's mit der leichten Hose. Irgendwann. Irgendwann. Irgendwann finde ich eine Feuerhüterseele. Eines Tages. Boah, das ist ja noch größer, der Effekt jetzt. Ey. Soll ich den töten, Chat? Der droppt auch was, ne? Der hat mich Ratte genannt. Spiel ist abgestürzt. Miyazaki will nicht, dass ich ihn töte. Ja, ich denke mal, ich krieg die Bits, ja. Das ist quasi wie eine Donation, ne? Deine Nachricht sieht hübsch aus und ich krieg Geld. Ist das was Neues? Kam das erst heute oder so? Ich hab das noch nie gesehen. Der droppt jetzt doch. Der hat doch was gedroppt, oder? Ich kann schwören, der hat was gedroppt. Der hat Menschlichkeit gedroppt. Jeder NPC droppt Menschlichkeit. Chill. 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 Das ist unfair. Ich war gerade noch am Laden. So, auf den Boden mit dir. Wer ist hier die Ratte? Hä? Wer ist hier die Ratte? Not too shabby. Not too shabby. Not too shabby. Wo ist man nicht Humanity? Wieso droppt er? Ist der kein Mensch? Der hat mich betrogen. Chat. Wie bin ich in die gemalte Welt letztes Mal gekommen? Und wie bin ich zu Quelana, äh, Quelana, zu der Schwester von Quelak gekommen? Und wo hat mich die Nebelwand im Wald geführt? Glaub, hinter Mausi und dem Drachen danach, oder? Wir waren doch heute direkt zum Anfang des Streams hinter Mausi. Und hinter Mausi... Weiß ich nicht mehr, wo ich rausgekommen bin. Ich glaub, da bin ich. Äh, in der Arena vom... Von der eigentlichen Arena von Mausi rausgekommen, oder? Und dann hab ich direkt die nächste Nebelwand genommen. Und dann bin ich... Keine Ahnung, Mann, scheiße. Ich hab keine Ahnung. Absolut keine Ahnung. Also, wir können zur Schandstadt gehen. Wir können nochmal kurz die Nebelwand im Wald testen. Was war das nochmal? Ich bin hier noch in der Nähe, bevor ich jetzt irgendwie, äh, eine große Reise Richtung Handstand, äh, Handstand, Schandstand mache. Und wir können die Nebelwand noch hier oben testen. Die haben wir auch noch nicht getestet. Lass die zuerst testen. Ich bin bauchfrei. Der Drip einfach. Der Drip! Ähm... Wenn ich... Hier rechts lang gehe. Warte nicht... War nicht hinter Mausi Ornstein? Scheiße, keine Ahnung. Alles verdrängt. Alter! Kettengemaschen und Lederschandschuhe. Boom. Yo, jetzt seh ich richtig sexy aus. Bauchfrei und dann so ne geile Leggings. Du meintest doch vorhin, an einer Stelle, da war Gemälde hinter. Ne? Keine Ahnung, was du meinst. Okay. Er liegt sich nicht auf dem Boden. Ach, er war schon geblockt. Doch, hast du wirklich gesagt? Nee. Heute noch nicht. Ich hab... Alles, was ich heute bezüglich Gemälde gesagt habe, war... Und wo war nochmal das Gemälde? So, die Nebelwand will ich noch checken. Hey! Wie ist das hier eigentlich im Randomizer jetzt? Ui, wer haben wir denn da? Manus, grüße, alter Freund. Auf dich hab ich ja gar keinen Bock. Kann der Boden kaputt, bitte gehen? Und der fällt runter? Scheiße. Oh, mein Gott, huruf! Oh, mein Gott. Oh. Oh. Ich bin so dumm, dass ich den Block losgelassen habe. Was? Da ist ein Ast auf dem Boden. Wieso ist da ein Ast auf dem Boden? Boah, imagine ich hätte bessere Heiltränke. Kann man trotzdem runter und den kleinen Licht killen oder was da noch mal war? Was? Welchen Licht? Meinst du ein Panos mit Licht? Ich frage mich, ob ich die Wurzeln trotzdem kaputt machen kann von Bed of Chaos. Wenn ich die kaputt mache, geht dann der Boden kaputt? Geht dann der Boden kaputt? Und dann fällt er runter? Das wäre funny, oder? Das Ding ist aber, wenn er nicht runterfällt, dann habe ich echt eine beschissene Arena für einen Bosskampf. Alter! Noch mehr vom Kettenset. Ja, ich probiere es einfach mal, ne? Lassen wir uns überraschen! Aber wenn ich jetzt Manus besiegt habe, dann habe ich wirklich jeden fucking DLC-Boss gemacht. diese Stille. Hey Mainers! Was? Was? Hallo? Chill? Okay. Fuck. Das wird ein beschissener Try. Nein. Er hat mich getötet. Ich glaube, ich mache die Wurzeln nicht, Schatt. Ich kämpfe einfach gegen den ganz normalen. Ja, ich will es machen, weil ich sehen will, was passiert. Habe ich doch gerade gesagt. Ich will gucken, ob es getriggert wird oder nicht, rein aus Interesse. Ich dachte, ich habe gerade ausführlich erklärt, dass ich das gerne testen will, aber ich weiß, dass der Kampf danach für mich schwieriger wird. Schau mal, wie ich es aussehe. Ich sehe ein bisschen moppelig aus. Jetzt werde ich geb... Ja, jetzt, wo du eh Rosinen woanders geschaut hast, sowieso. Fremdgear. Richtiger Alex bist du. Ey, ich will gegen Manus kämpfen. Ich habe keine Zeit, Leben zu verlieren hier. Das enttäuscht mich jetzt auch, ja. Ich war auch geschockt. Ich habe das erste Mal heute Folge Rosinen geschaut. Und wie war? Ist schon süß in der Rosinen, oder? Du solltest Schluss machen. Ganz ehrlich, Caggy. Der guckt denn momentan noch Rosinen. Ich dachte, der Rosinen-Hype ist schon längst durch. Ich bin der einzige getrottet, der ist nochmal. Der guckt denn momentan noch Rosinen. Ich dachte, der Rosinen-Hype ist schon längst durch. Ich bin der einzige getrottet, der ist nochmal. Ich bin der letzte Mal. Den kennst du, glaube ich, nicht. Furry-Streamer? Der Bre hatte keinen Tail-Cut, ne? Scheiße. Ich bin sowas von tot. Ich bin sowas von tot. Wow. Nein. Und ja, er ist schon süß, aber er ist auch lustig und fies zugleich, wie er den Dude geroastet hat. Ja, das ist Frank. Irgendwie ist er süß, aber irgendwie ist er auch ein Arschloch. Ich weiß nicht, wieso ich mich so erschreckt habe. Keine Ahnung. Ich habe da hinten immer noch nicht das eine Item gelootet. Aber jetzt mache ich Damage. Und kann es immer noch nicht looten. Wollte eben auf komische Seiten, aber Kai, wie geht der, hat mich davon abgebracht. Deswegen bin ich hier. Ich bin stolz auf dich. Ich bin stolz auf dich. Vegeta ist ein guter Motivator. Was ist eigentlich mit Musik? Wie wäre es mit ein bisschen Jams beim rumlaufen? Ich hasse meine Playlist mittlerweile, ne? Ich müsste eigentlich meine Playlist komplett löschen. Eigentlich nur so, 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 ähm, YouTube-Playlists mir anhören. Es gibt ja so auch zigtausende, ähm, YouTube-Playlists zu, zu, mit Gaming-Songs. Was für Spiele sind morgen geplant? Äh, keine Ahnung. Lass dich überraschen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich sterbe hier! Ich habe keine Ausdauer. Ich habe... Oh, ich kenne noch eine Nebelwand. Ich weiß noch eine Nebelwand. Aber ich will jetzt eigentlich Manus besiegen. Aber ich habe gerade eine neue Nebelwand in meinem Kopf entdeckt. Ich habe die Gamba von vorhin gar nicht aufgelöst, ne? Ja, und wenn ich gerade schon bei der Gamba bin, können wir eine Gamba starten. Schafft der Keggy beim nächsten... Äh, schafft der Keggy Manus beim nächsten Try. Ich meine, du hast gemeint, dass du niemals die Gamba auflösen wirst. Gelogen. Live on Cam gelogen. Arschloch! Bim, bam, bong, bing, bong, 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 bong. Was mache ich? Wieso mache ich das? Ja, okay. Ja, ich merke schon, er droppt immer das gleiche hier, ne? Er droppt immer das Lederset. Was... ...keine Interessante ist. Wenn ich eine dicke, fette Rüstung bekomme, kann ich einfach hierhin zurückgehen, ihn töten und ich habe wieder dieses Kettenset. Nicht, dass das Kettenset sehr leicht ist und ich damit eine gute Rolle habe. Aber... Ist auf jeden Fall einfacher als vielleicht so eine Smokes Rüstung oder Havels Rüstung. Das gehört dazu, Chef. Jo, das war diesmal dicker Damage. Aber, äh... Aber hör doch auf anzugreifen! Ja, das war eine gute Gamba. Jo, ich komme runtergedroppt. Verbraucht, verbraucht meine ganze Ausdauer, kann nicht mehr dodgen, heilen lässt er mich auch nicht und spammt einfach nur durch. Du hast Elden Ring gespielt und hast Probleme mit Dark Souls? Mit der Schwierigkeit? Crazy. Nach Elden Ring ist Dark Souls 1 ein Babyspiel. Allen Ring fand ich auch einfach. Ja, weil du das ja schon... Weil du schon... Als du Elden Ring gespielt hast, warst du schon in Souls drin. Da warst du schon Souls-Veteran. Okay, jetzt aber. Okay. Diese scheiß Fat-Roll, ne? Dass man diese scheiß Fat-Roll, Junge, Junge, Junge. Dass man sich nicht porten kann, regt mich auf. Ja, bei Dark Souls 1 brauchst du auch anfangs kein Porten. Dass hier kein Elden Ring, wo du eine halbe Stunde mit einem Pferd reiten musst. Bei Dark Souls 1 kommst du am Anfang überall easy schnell hin. beacon Type national Pendulat passes ist auch viel einfacher im Vergleich. Also, wenn du Dark Souls 1, da kann man vielleicht sagen, okay, die Steuerung, dass die schwieriger ist. Weil es ein bisschen klankiger und langsamer ist. Aber die Bosse, die sind ja null vergleichbar mit Elden Ring. Was dir die Bosse in Elden Ring um die Ohren werfen, das ist ja null vergleichbar mit Dark Souls 1. Das ist ja Dark Souls 1 Kindergarten. Endlich habe ich den Helm bekommen. Schade. Das Schild und das Schwert sind zu schwer. Äh, das Schild und... Ja, das Schild und Schwert. Jetzt haben wir das ganze Set. Ja. Yo, der Damage. Mann, ich kitzest dich gedodged mit der fetten Scheißwolle. Ich habe geblockt. Ich habe meine Blocktaste hochgehalten. Hallo. Hallo. Jetzt gib mir doch mal einen kurzen Moment. Ich bin schon so dick und langsam. Ergibt mir keinen Moment. Ja, der ist... Oh, Leute. Mit... Mit dieser Scheißrolle, ne? Ist das so schwer. Ich habe halt auch nicht genug Poise, dass ich einfach durchdenken kann. Also, dass er mich nicht umhaut und ich kann einfach durchheilen. So viel Poise habe ich dann doch nicht. Ich weiß nicht, ob wir vielleicht erst mal woanders hingehen sollen. Das Lächeln. Das Lächeln. Ich versuche halt auch irgendwie mit Schild zu spielen. Aber sobald meine Ausdauer leer ist und der halt nicht mehr eine kurze Pause gibt, damit meine Ausdauer wieder regeneriert, dann kriege ich viel zu viel Damage. Muss dann anfangen zu heilen. Aber ich kann nicht heilen, weil er mir wieder Damage macht. Aber ich kann auch gleichzeitig nicht blocken, weil ich schon keine Ausdauer mehr habe. Und dann ist halt alles rip. Ey, dieser dumme Wichser! Okay, machen wir einen Try noch und dann gehe ich in eine andere Nebelwand. Diese Scheißrolle, ne? Ist das dein verdammter Scheißernst? Wie viel er Damage da gemacht hat? Äh, was? Wieso darf der noch mal landen? Wieso darf der noch mal landen? Was ist das? Aber so gucke doch auf die Straße. Ja, ich habe Käse versucht. Aber um Käse zu machen, musst du halt auf die Straße gucken. Der legendäre Manuskäse. Der krasse Scharfschütze hier. Wenn er mich jemand trifft, er holt sein Schwert raus. Diese Ratte! Ja, ich mache gerade Käse. Ich mache gerade Löcher in den Boden. Dadurch entsteht Käse. Die Frage ist, wenn ich jetzt das Event zu Ende mache, auch dann in der Mitte. Ist der Kampf dann vorbei? Oder lebt dann Manus immer noch? Wie macht man das hier? Das war knapp. Das war sehr knapp. Manus lebt noch. Schade, Manus kriegt davon kein Damage. Ich schon. Er ist irgendwie AFK. Mama hat gerade Essen gemacht. Er steckt fest. Er steckt fest. Er steckt fest. Käse ist gut. Käse ist lecker. Hehehe. Wuhu. 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 Wann komm kochen, Keggy? Hast du alles verpasst? Ich habe hier im Stream in den letzten Jahren mehrmals gekocht. Alles verpasst. Domi, wir haben alle nach dir gerufen. Wir haben gesagt, Domi, wo bist du? Du liebst doch kochen mit Keggy. Aber du kamst nicht, Domi. Ich war da. Wo warst du, Domi? Bad of Chaos noch droht. Cool, dafür hat sich der Boss ja richtig gelohnt, Mann. Ich habe jetzt coole Anschuhe bekommen. Mann, die sind ja noch schwieriger. Geht der Boden jetzt kaputt? Okay, Chat. Wir haben offiziell alle DLC-Bosse down. DLC durchgespielt. Können wir jetzt die normalen Bosse wieder machen? Schwierigste ist vorbei, genau. Oh lol, ich habe mich hier hingesetzt. Ich komme nicht mehr rausgelaufen. Scheiße, wir müssen wieder zum Start. Okay. Ja, zum Glück kann man in dem Randomizer sich einfach wieder zum Start porten. Sonst wäre jetzt vorbei. So, jetzt wieder ganz von Anfang an. Wohin? Wir kommen jetzt wieder in Sans Fortress raus. Was war nochmal beim Eisengolem oben? Beim Eisengolem oben war, glaube ich, der Ornstein Kampf, oder? in Gwindolins Arena. Kann das sein? Ne, wir haben nur eine Glocke. Nur die Glocke bei Krelak. Ja, jetzt muss ich mich ein bisschen neu orientieren. Was hast du nochmal verkauft? Lady? Glocke bei Krelak Smash und PS immer rein, ist ne Frau. Alle Frauen smaschen. Goldarts? Miau! Biakko, was ist los? Oh, ein PS und ein Smash. Ich bin ein simpler Mann, ich sehe Frau, ich sage Smash. Jakob, was ist los? Bei Eisengolem war Mausi. Ne, Mausi war bei... ähm... ganz am Anfang Asylum. Das heißt, ich muss jetzt wieder runter zum Manus laufen. Und dann bin ich wieder im Wald. Und dann können wir wieder zurück zum Feuerband schreien. Und dann kann ich wieder dahin, wo ich hin wollte. Uah, 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 uah. So, der verkauft noch bestimmt ein paar geile Steinchen, die ich mitnehmen kann. Ach, putz... Äh, ja. Baller mal mein Geld hier raus. Baller, 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 baller mein Geld. Baller meine Lines. Hier geht's wieder zurück ins Asylum, wenn ich da lang gehe. Solocue, hör auf. Xeneki, hör auf. Leak, mach dich kaputt. Stell dir meine Stimme in, äh, der Stimme von Optimus Prime vor. Leak, mach dich zu einem schlechteren Menschen. Lass los und fokussiere auf dich selbst. Aber ich bin süchtig. Und ich bin tot! Uah, der ganze piek noch mal, der ganze piek noch mal, der ganze piek noch mal. Mich hat Tekken heute so kaputt gemacht. Äh, ist Tekken 8 immer noch so schlimm, was Online angeht? Ich spiele immer noch so tot. Genau, such mit deiner anderen Suchtblicke. Kokain. Immer wenn du Leak spielst, zieh lieber eine Line. Tekken 8 tot? Ja, es war irgendwie wohl ein ziemlich mieses Matchmaking in Tekken 8 oder so. Irgendwas war da mit Online. Dass es irgendwie ziemlich arsch war. Dass du halt recht lange suchen musst, um irgendwie Spieler zu finden. Mit denen es auch Spaß macht zu spielen. Glaub, weil es keine Penalty gibt, ne? Wenn du liefst, oder? Irgendwie sowas. Dass auf jeden Fall Online Climben nicht Spaß macht. Und dementsprechend irgendwie viele Veteranen es weniger spielen oder so. Plugging, genau. Ja. Als zum Beispiel Tekken 7 oder so. Glaub, alle sind sich einig. Spiele ist geil. Aber Online Modus ist Katastrophe. Wobei diese Rage-Arts, ne? Damit sind, glaub ich, auch nicht so alle zufrieden. Sind, glaub ich, auch nicht so ganz Fans. Diese Super-Moves. Die nerven, glaub ich, auch einige Leute. Was ist für euch das beste Dark Souls? Das hier. Ich liebe Dark Souls 1. Mein Lieblingsspiel. Der Silberritter. Es ist zumindest der schlechterste Online-Modus von allen neuen Fighting-Games. Mh. Und Velikane! Dankeschön, dein Prime Sub. Das Wasser ist so laut. Und ich muss auch noch wissen, wohin die Nebelwand mich im Wald führt. Wenn ich von André aus nach Finstervurz laufe. Da beim ersten Bonnfeuer im Finstervurz. Da ist ja Nebelwand. Ich hab vergessen, wo die mich hinführt. Die müssen wir auch mal abchecken. Ich bin so online. Ich bin so online. Tag nach. Also meine Tekken 8 Erfahrung war bisher auch sehr positiv. Aber ich hab halt nicht online gespielt. Also schon online gespielt. Aber mit anderen Leuten. Ja, mit anderen Leuten spielt man immer online. Aber ich meinte nicht auf. Nicht im Rang. Nicht ranked. So. Ich hab keine Freunde. Das wisst ihr doch. Das ist ja. Das ist ja. Ich bin so online. Ich bin so online. Ja, ich bin so online. Und die sind so online. Ich bin so online. Mit Eltern, genau. Ich habe mit meinem Papa Tekken 8 gespielt. Singleplayer online. Junge. Boah, wir brauchen die Lordvessel-Jet. Das Hin- und Herlaufen ist so scheiße. Ne, warte. Hier ist Kürze. Da, wo ich hin will. Ich will nämlich auf die Brücke-Jet. Da, wo der Vivern Feuer spuckt. Von der Brücke aus habe ich, glaube ich, schon den Schlüssel für den Weg nach unten. Und von der Brücke aus können wir wieder nach oben Richtung Taurus-Dämon und die Nebelwand von der anderen Seite benutzen. Bei manchen frage ich mich ernsthaft, wie sie dieses Spiel gelernt haben. Aber die kriegen einen dann trotzdem Mental Breakdown manchmal stark. Wirst du dann dein Gamepad? Beißt du in dein Gamepad? Boah, einfach ins Gamepad beißen, wenn man wüten wird in Spielen. Au. So ein Stück aus dem Gamepad rausbeißen. Moment. Der lebt immer noch. Hey, Paul. Was geht ab? Ach, mit Fighting-Stick-Speed. Aber mit Fighting-Stick kannst du so quasi Table flippen. Den Fighting-Stick von unten so und weg damit. Da kommt der Dogo her. Scheißung. Danke. Ich habe öfters das Bedürfnis, auf den Tisch zu hauen, aber ich beherrsche mich. Bleib stark. Lass die Wut nicht dich kontrollieren, sondern kontrolliere die Wut. Und bündle sie in einen Angriff gegen deine Gegner. Chat, wenn ich hier sterbe, weine ich. Wieso macht der Pimmel so viel Damage? So. Und Joel Hyrule, Dankeschön für neun Monate. Äh, keine Ahnung, wie oft ich da Actuals gespielt habe. Äh, durchgespielt habe, keine Ahnung. Durchgespielt wahrscheinlich gar nicht so oft. Gespielt sehr oft, aber durchgespielt wahrscheinlich nicht so oft. Sehr oft halt immer irgendwie Runs angefangen, irgendwelche Challenges, irgendwelche Randomizer, irgendwelche Waffen mal getestet oder so, aber dann halt nicht wirklich beendet. Wie sieht's mit Drachim Randomizer aus? Der Drach ist ein Vorking! Wie er da steht. So dominant da oben. Holy shit. Seine Haare wehen so im Wind noch. Ich hab Angst. Dark Souls 1 auch schlechter, je weiter man ist? Nö. Deine Meinung ist falsch. Dark Souls 1 ist von vorne bis hinten einfach geil. Wer ist das? Einer der Storybosse. Nö, Kegi. Doch. Doch, Kegi. Scheiße, ich hab Nein gesagt. Ich will auch die Sonne preisen. Komm schon. Ist der schwer? Der ist schon stark, ja. Vor allem, wenn man nicht so gut ausweichen kann, weil ich zu viel trage. Oh, das ist hier. Weil ich zu viel trage, kann ich nicht so gut ausweichen und der macht recht große, schnelle Angriffe teilweise. Aber ich weiß gar nicht, ob er da oben runterkommen würde, wenn ich da hinlaufe. Ich hab gar keine Ahnung. So, diese Nebelwand will ich gleich testen. Okkulte Keule, das war's. Das war's. Kein großes Schwert mehr. Okkulte Keule ist aber not bad. 111 Damage und 120 Magie Damage. Ist eigentlich ganz nice. Schnelle Waffe. Dafür haben wir auch schnellen Schlüssel. Wir können auch nach unten laufen gleich. Äh, Battle of Chaos hab ich schon besiegt. So, was macht der Typ da oben? Kommt er jetzt runter? Bleibt da oben? Schwere. Ok, jetzt ist RIP. Jetzt ist wirklich RIP. Ich hab ne fucking schwere Armbrust. Ja, der Okay, der Damage. Holy shit. Hab ich bolz? Hab ich bolz? Ich hab keine bolzen. Ich kann damit nicht mal angreifen, Chat. Pikesi. Dankeschön für 48 Monate. Wusste, dass das irgendwann noch passiert. Aber hey, wir haben Manus besiegt mit der mit der dicken mit dem dicken Schwert. Also hat sich gelohnt. Es war war ne gute Zeit. Ja, ich glaub dieses Bonfire da hinten werde ich nicht so einfach bekommen wenn ich keine Gegner töten kann. Oder? Nee. Vielleicht wenn ich hochlaufe. Kannst du mit hauen? Nee. Ich glaub ich kann treten. Ich weiß nicht wie weit die hinter mir herlaufen. Und ich weiß nicht wer hier oben steht. Aber es klingt so als würden die die ganze Zeit mir hinterherlaufen. Hier ist noch ein Hund. Nein. No, komm schon. Nein. Ach komm. Der eine Typ blockiert mir den Weg. Waren da noch im Raum Items? Wisst ihr das, Chad? Da bei dem Bonfire? Wenn man da zu diesem Schrein geht wo später so leer steht war da noch ein Item aus? War da noch ein Item? Ich bin mir nicht sicher. Da muss ich schauen, ne? Er ist da hinten. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Ich weiß nicht ob ich hier Items war. Ja, die Sponfire ist verloren. Ähm, gut. Dann laufe ich jetzt zur Nebelwand. Boah, das ist jetzt echt scheiße, ne? Mit der armen Brust. Sechs Stunden Powernap. Das klingt nach einem Poppy-Nappy. Was ist eigentlich die ganze Zeit dieses durchgestrichene Symbol oben links? Irgendein Symbol mit einem grünen Kreuz durchgestrichen. Was bedeutet das? Was habe ich da? Die ganze Zeit schon irgendwie. Irgendwie seit zwei Stunden. Ich kann nicht mal treten. Ich dachte, ich kann damit treten. Da oben bei der Ratte. Chat. Da liegt jetzt ne Waffe. Ich versuche, ich versuche, ihn nur zum Runterfallen zu bringen. Ich versuche, Er greift auch mit Schildern. Ja, kommt schon! 3G, kann er runterfallen? Was sagt Illusionary Wall? Ja, kann er. Boah! Ja, wir können heute mal den Taurus-Song mal ganz lange hören. Jetzt, spring! 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 Spring jetzt! Spring jetzt! Komm schon! Ja! Jetzt einmal nach hinten springen, komm schon! Jetzt spring! 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 Ja! Ja! Hiermit habe ich ihn besiegt, chatten! Hiermit! Mit meiner Stirn! Gab es hier kein Item? Die Riesenratte ist irgendwie weg! Ciao, Wurm! Täter ist ein Item! Die Riesenratte ist wahrscheinlich darunter gefallen, ne? Noch ein Mausi! Moment, ist kein Boss! Wer bist du? Wer bist du? Wer bist du nicht? Wer bist du nicht? Wenn du in diese Welt gehst, plunge runter von mir! Voll die süße Stimme! Irgendjemand ist gestorben, chatten! Irgendwie kam gerade ein Todessound! Das nenne ich mal ein Mischwesen, ja! Kann ich jetzt hier runterjumpen? Ja! Moin! Okay, der ist nicht gerandomized. Schlange! Chat, ich sollte Bonfire benutzen. Ich kann kein Bonfire benutzen. Du kannst sie auch angreifen. Ja, aber ich will sie nicht angreifen. Ich habe ein fucking Schild, mit dem ich kämpfen muss! Ich greife sie doch nicht an! Okay, wir können theoretisch wieder da, in die Archive, in das Gefängnis. Oder wir gehen einmal kurz runter in die Unterstadt. Mit der Hoffnung... Ich muss halt irgendwie eine Waffe finden, damit es weitergeht. Ich könnte auch bei den Uchikatana-Typen auch den Dämonenhammer kaufen. Ich glaube, den müsste ich mittlerweile tragen können, mit 40 Stärke. Pinwheel kam noch nicht, ne! Typ mit dem Tee! Was geht ab? Dankeschön für den Primes-Up! Ich würde jetzt schnell irgendwie hier durch werden und irgendwas looten! Irgendwas looten! Ich würde jetzt schnell irgendwie hier durch werden und irgendwas looten! Ja! Ja! Kein Schlüssel leider! Scheiße, Item war nur auf der anderen Seite! Ach du Scheiße! Sanktus! 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 Ich kann nicht mehr mit Schild kämpfen! Nein! Nein, ich kriege jetzt nur die Wurm-Transformation! Oh! Das Schild ist jetzt richtig kacke! Also das Schild ist an sich nice, weil es wiegt nicht mehr so viel. Wir haben jetzt eine halbwegs vernünftige Rolle. Problem ist, ich kann das Schild nicht mehr zum Schubsen benutzen oder so. Und Dr. Longmechschlong, Alter. Dankeschön für drei Monate. Ich kann halt mit dem Schild nicht mehr hauen. Ist halt ein Parry-Schild wieder. Miyazaki persönlich hat das Stöhnen in Dark Souls 1 aufgenommen. Ne, treten kann ich auch nicht mit der Armbrust. Aber ich wäre gerne der Guy, der diese Stöhnen aufgenommen hat. Ich würde das immer dann absichtlich machen. Okay, das klang wie Decke, das ist aus Rakenrad 3. Hölle. 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 Ich weiß nicht, ob ich den Schlüssel habe für nach unten. Kann sein, dass ich den schon habe. Ich glaube, ich habe ihn schon. Hölle nein. Hier haben wir auf jeden Fall noch einen Shop. Ich kann aber ihn nicht benutzen, weil da eine Armee von Gegnern ist. Ich hätte Nebelwand nehmen sollen. Scheiße. Er kratzt sich schon, Chad. Ich werde gleich diesen dummen Kopf bekommen. Musste man, um diese Wurminfizierung loszuwerden, musste man nur mit dem Typen reden oder brauchte man ein Item von ihm? Ei-Beseitiger, genau. Das war ein Item, ne? Wanderfluch. Hier ist ein Ei-Beseitiger. Hab ihn. Jetzt sind ein paar Gegner noch gestorben und ich kann ihn kaufen. Sonnenrüstung, Paladin-Gemaschen. Hier ist ein Bolzen, Chad. Ich kann hier Bolzen kaufen. Wozu willst du Ei-Beseitiger? Ich bin infiziert. Was macht die Wurm-Transformation eigentlich? Du hast dann anstelle von einem Tritt, hast du dann so einen Wurm an den Griff. Ich weiß nicht, ob wir uns Bolzen kaufen. Ich werde wahrscheinlich damit kaum Damage machen, ne? Schauen wir mal. Der Helm verschwindet gleich, wenn ich die, also wenn ich die Transformation bekommen habe. Ich denke, ich mag dich. Oh, sie mag mich. 49 Damage. Was sagen wir dazu? 49 Damage. Ich treff den nicht. Das ging schnell. Oh, Junge. Ein Läuterungsstein. Hab ihn. Konnte man damit nicht aimen, Chad? Man kann damit nicht aimen. Armen, genau. Man kann damit nicht armen machen. Äh, wo ist denn mein Ei-Beseitiger? Da. Ich bin wieder ganz. Ich bin wieder ganz, ich selbst. ein Talisman und ein grauer Brocken. Jetzt habe ich gar kein Schild mehr. Ja, Armbrust aimen kann wohl erst später, ne? Schade ist, ich hätte jetzt ein paar Gegner hier gerne weggeaimt. Oh, schade ist, ich hätte jetzt ein paar Gegner hier gerne weggeaimt. Aber er bleibt stecken. Aber er bleibt stecken. Er bleibt der Töter stecken. Pansai! Ey, der steht vor dir! Kristallschild und orange und ein verkohlter Ring. Ist das der Ring, mit dem ich mehr Damage bekomme? Reduziert Lavaschaden. Uh! Muss los, Jungs. Äh, wir waren auch schon mal beim Lava-Gebiet. Äh, da wo der Skorpion ist. Den haben. Aber bringt uns auch nichts, durch die Lava zu laufen. Ich glaube, das Item auf der anderen Seite der Lava habe ich geholt gehabt, oder? Habe ich das geholt gehabt? Weiß das jemand noch? Aber ja, wir können auch generell zu, äh, zu Quela da bin. Gehen. Schlüssel für Anbau brauchen wir nicht. Ja, hast du, ne? Aber wir können trotzdem da runter. Also generell zu, zu, zu Quelax-Schwester. Da ist auch das Lava, die ganze Lava jetzt weg. Da gibt es auch noch ein paar Items und so. Do-Go! Ich wollte nicht hier hin, Chat. Was ist denn ein Dark Rave hier? Ja, ich kann leider nicht zum Shop. Das ist ein aggressiver Hund hinter mir, ja. Ich bin vergiftet, lol. Okay, Jungs. Ich habe keine Heilung mehr. Äh, von der Gamescom zu Wilds habe ich nur den Trailer gesehen, der gestern bei der Opening Night kam. Mehr habe ich nicht gesehen. Ich glaube, der kommt nicht durch, Chat. Der ist zu groß. Ich kann shoppen. Ich glaube, die haben heute noch irgendwie einen Stream gemacht, ne? Da kamen wir schon... Feuerhüterseele! Endlich! Die gibt doch bestimmt mehr als 5000, oder, Chat? Kannst du bitte nicht mal einen NPC angreifen? Erstmal kurz Gift wegmachen, so. 5000 brauche ich. Boah, Feuerhüterseele ist so stark. So stark, endlich! So, das weg. Menschlichkeit. Hat er unendlich Menschlichkeit? Nein, oder? Das wäre ja viel zu krass. Großsense für 10.000. Hol ich mir die Sense, Chat? Für 10.000? Dann haben wir wieder eine Waffe. Hey, Kloppy, was geht ab? Wie lange noch? Äh, weiß ich nicht. Nicht mehr lange, denke ich. Mit kurz nochmal Menschlichkeit. Drei. Okay, der hat nur drei Menschlichkeit hier. Schade. Das wäre geil gewesen. Hätte ich jetzt hier unendlich Menschlichkeit kaufen können. Das wäre stark. Nur einen blauen Brocken hat er. Große Scherben. Für 100. Werde ich mir das merken, dass er das verkauft? Danke. 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 Für so wenig? Werde ich mir das merken? Nein? Okay. Danke, dass er mir an mich glaubt. Leider gibt er mir keine Bell-Bearing. Okay, Abfahrt, Chat. Danke. Ich habe eine geile Sense. Ich habe eine geile Sense. Ho! Ho! Trau dich! Nächstes Item wieder Bogen. Geiles Gerät. Das machen wir gleich auf plus fünf. Go! Geiles Gerät. Oh! Okay, ich könnte hochlaufen theoretisch zum Bonfire. Und wir bleiben erstmal hier im Drecksloch. Könnten Richtung, ähm, Richtung Schandstadt gehen. Nein! Wieso sind hier noch Gegner? Nein! Der lebt noch! Oh! Oh! Können zum Bonfire hochgehen. Und dann haben wir halt hier theoretisch den Weg zu Capra Demon Nebelwand. Und... Äh, Schandstadt. Oh, da ist eine scheiß Fliege. Die Fliege wird mich töten. Die Fliege wird mich töten! Er trifft sie nicht! Oh, Hund! Chat, ich glaube, ich gönne mir hier eine Menschlichkeit. Ich seh' nichts. Äh, Waffe upgraden kann ich auch von Bonfire. Dafür muss ich nicht zu Andere gehen. Das war die falsche Tür! Also auf plus 5 kann ich auch ohne Andere machen. Das habe ich ja zum Glück gelootet bekommen, dieses, äh... Experimentierwerkzeugzeug da gedöhnt. So... Ich brauche noch ein paar Seelen. 4000 insgesamt brauche ich. Fast. So, wo haben wir die Sense? Mal gucken, wie lange ich die Sense haben werde. 5 Minuten? Nächster Loot ist direkt eine andere Waffe. So, okay. Hä, diesmal war es irgendwie viel günstiger. Wieso war es letztes Mal so teuer? Ist bei Andere Upgraden teurer? Bin verwirrt. Wisst ihr was, Chat? Ich glaube, ich mache aus diesem Bonfire 10 Estus. Lagebericht ist Kanalisation. Mehr ist Tussi! Mehr ist Tussi! Und ist schön, durch den geilen, äh... Durch den ganzen geilen Wurmparasiten, den ich bekommen hatte, ne? Muss ich jetzt keinen Helm tragen. Und wir sehen meinen nicen Pagen-Schnitt. Okay, okay. What the fuck, ey? Drecksköter. So, hier sind wir eine scheiß Fliege. Die ignoriere ich einfach mal, die dumme Fliege. So, wie war das hier nochmal mit... Ich glaube, hier lang? Genau. Äh, ich glaube, hier gab es noch ein Item oben irgendwo. Hier gibt es auf jeden Fall einen Wurm. One Hit. Nice. So, wo bringt mich die Nebelwand hin? Die kann mich ruhig zu einem Bosskampf bringen. Das wäre gut. Ich habe, äh... Eine solide Rolle. Ich habe eine solide Waffe. Und der Weg wäre nicht sehr weit zum Bosskampf. Das heißt, hier darf jetzt ruhig... Ruhig ein Bosskampf kommen. Guck mal, wir können sogar jemanden beschwören hier. Neulonde Ruinen-Schlüssel. Mein Schild ist leider weg. So, wo komme ich raus? Ich habe keine Ahnung, wo er jetzt rauskommt. Ob er mitkommt oder nicht. Pinwheel. Wir haben endlich Pinwheel. Chat. Solaire ist jetzt irgendwo alleine bei einem anderen Bosskampf. Er ist jetzt wirklich bei Capra Demon alleine. Das ist keine Angeln. Das ist eine Sense. Das ist eine Sense. Komm, wir haben jetzt Doppelpinwheel? Wer ist der zweite Boss? Okay, ich mache echt nicht so viel Damage. Zweiter Boss ist ein Gargoyle. Ich brenne, Chat. Der hat mich getroffen aus der Weichwalt. Scheiße. Doppelfeuer. Schmeckt gar nicht. Oh, so weit. Nein, nein, nein. Weg, 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 weg. Oh, scheiße. Der letzte ist das. Was war das für eine Dodge Roll? Ich bin einfach ein Rentner. Das war easy machbar. Ich habe gerade gespielt wie der größte Vollidiot. Das war eigentlich easy machbar. Ich habe nicht gegen Pinwheel verloren. Ich habe gegen Gargoyle verloren, Arschloch. Dieser dumme Köter. Leute, ich bin nicht bei Pinwheel gestorben. Das ist Gargoyle. Ich habe wieder diesen komischen Bug. Dass mein maximales Leben gesunken ist. Jet Pinwheel ist ein komischer Typ, der Feuerkugeln schießt. Ein Gargoyle ist so ein drachenähnliches Wesen, was Feuer spuckt und Flügel hat und eine helle Bade hat. Und wisst ihr, wer mich getötet hat? Ein feuerspuckendes, helle Bade tragendes, flügeltes Monster. Du müsst schon auf den Bildschirm gucken, okay? In welcher Existenz? Das ist ein Treffer. Das ist ein Treffer. Weird, dass der eine Angriff gerade nicht connectet ist, aber okay. Jet, der fällt gleich runter. Ab ihn! Doppelmenschlichkeit, okay. Okay, wo komme ich jetzt raus? Oder soll ich lieber erstmal die Seelen weggeben? Komm, ich gebe, glaube ich, erstmal die Seelen weg. Der Weg hierhin ist ja recht fix, ne? Gesiegt! So! Leider keine zweite Glocke. Äh, so. Könnte ich noch mit ein paar Seelen noch ein Level machen. Dieser Scheiß-Bug, dass ich jetzt so mein maximales Leben reduziert ist. Reicht eine, Herr Ritterseele? Gibt es, wird knapp. Zweieinhalb Tausend fehlen mir. Scheiße. Ich müsste eine große nochmal verbrauchen. Dann hätte ich 19.000. Ja, passt schon. Okay. Du brauchst ein Menschenbild, um es zu fixen. Ich weiß es nicht. Irgendjemand meinte, das ist ein Randomizer-Bug. Wenn mein Leben sich so... ...senkt. Ich weiß nicht, ob man... ...das überhaupt durch irgendwas wegmachen kann. Außer vielleicht einem... ...Game-Restart oder so. Ach so. Okay. 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 An sich können wir auch nochmal runter zu Schandstadt. Da gibt es sehr viele Items. Da werde ich wahrscheinlich... ...wenn ich da rauskomme aus Schandstadt... ...habe ich eine Fat-Roll und eine Armbrust oder so. Da werde ich, glaube ich, nicht glücklich rauskommen. Deshalb gehen wir nochmal durch die nächste Nebelwand. Vielleicht ist da noch irgendwie ein machbarer Boss dabei. Die Sense halt versuchen, so lange wie möglich auszunutzen. Wir haben auf jeden Fall noch die Ziegendämon-Bonfire. Das darf ich nicht vergessen. Äh, Bonfire-Nebelwand. Da bin ich ja nicht reingelaufen. Ich meine, es ist Schandstadt. Was soll euch schon passieren? Ja, ist meine Hood. Ich kenne mich da aus wie meine Westentasche. Äh, Zauberstab wird in die linke Hand ausgerüstet. Ich habe gerade einen Zauberstab. Wir sind auch endlich wieder hier. Habt ihr Pinwheel vermisst, Chad? Nice. Schlüssel des großen Pilgers. Was ist das? Öffnet Tür der Haupthalle des Untoten-Asyls. Ach so, das hier. Dschungel, bin ich dumm. Er spielt das blind, ja. Sorry. Du, du. Gib mir warm. Gib mir soft. Hab ich Müll? Hab ich keinen Müll gefunden? Ja, ich hab hier Kühklein. Oder wo liegt Müll? Normalerweise hier. Was ist gerade das Ziel? Äh, Bosse töten. Bosse finden, Bosse töten. Das ist das Ziel. Ist das jetzt auch eine andere Nebelwand? Wow. Wow. Hier wollte ich ja eh hin, ne? Moin. Ciao. Äh, aber ist das die Richtung zurück? Oder ist das die Richtung? Ist das die Richtung zurück, ne? Wieder Richtung Kanalisation, ne? Das ist doof. Ne, doch. Doch, das ist die Richtung. Doch, ist zurück. Holzschild. Nice. Aber wir haben hier ein bisschen was zu looten. Ich bin vergiftet. Perfekt. Sogar Toxin. Mh, lecker. Ich hab den gar nicht gesehen im Dunkeln. Junge. Ja, das heißt, theoretisch können wir auch von oben aus langlaufen. Weil juckt ja eh nicht. Das heißt, natürlich, die Nebelwand ist jetzt natürlich für den Arsch. Die bringen mich halt jetzt nirgendwo Interessantes hin. Aber wir haben halt hier noch ein bisschen Loot. Der Drachenbogen-Töter-Snipe. Boah, imagine Schandstadt-Chat. Aber überall stehen diese Anolondo-Silberritter. Und schießen dich die ganze Zeit vom Gerüst runter. Tja, auch schade. Meine Sense ist okay, ja? Er ist nur halt gerade aus fucking Kristall. Das Konter von Sense. Ich hab keine Ahnung, wieso ich da nicht runtergefallen bin, Schandt. Absolut keine Ahnung. Ah, okay. Da kann man runterfallen. Wieso hab ich auch gegen ihn gekämpft? Was war mein eigentlich, mein, mein Plan? Wieso wollte ich den Trottel bekämpfen? Dicke Eier beweisen. Die hab ich schon. Ich hab nämlich dieses Spiel No Death gemacht. So. Arschloch. 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 Und nochmal. Diesmal ignorieren wir einfach diesen Boy. Ich hab nur vergessen, er ignoriert mich ja nicht, Chat. Da hab ich nicht mitgedacht. Ich hab mal wieder nur an mich selbst gedacht. Oh, bitte. Dark Souls-Sonde. Oh, Dark Souls-Sonde. Ich weine. Ich weine. Ich weine gleich. Du bist echt gut und du bist echt scheiße. So. Dieser dumme Scheißhund. Jetzt kommt da eine dumme Fliege. Everyone is here. Everyone is here. Everyone is here. Das war kein Kompliment. Er hat's hier über mich lustig gemacht. Ich kann schon zwischen den Zeilen lesen. Ich bin nicht dumm, okay? Okay. Okay. Ich muss hier kurz durch. Ich muss meinen Bogen einsammeln. Damit ich kein Damage mehr mache. Boah. Ah ne, okay. Ich brauch keinen Bogen. Ich mach jetzt auch schon kein Damage. Ich mach jetzt nicht. Binsterer Nebel. Ich mach jetzt nicht. Als ob du noch streamst. Aber natürlich. Boah. Wir werden aber gleich auf. Eigentlich komplett dumm, dass ich hierhin gelaufen bin, oder? Weil ich weiß ja eh schon, was oben ist hinter der Nebelwand. Ach. Dieses schweine Kind. Das heißt, jedes Mal, wenn ich hier runterkomme, werde ich direkt mit Toxin beballert. Roter Brotten. Und ich habe keine Heilung. Aber wir wollen hier nicht runter. Das ist egal. Wow, wow, Chad, das ist so wackelig! Oh mein Gott! Wieso ist er da nicht stehen geblieben? Ich bin doch genau auf dem Item gelandet. Ich bin doch genau auf dem Item gelandet. Oder war das ein Item von einem toten Gegner? Nee. Hä? Ach, das Item ist eine Bananenschale. Ich brauche das gar nicht zu looten, ne? Weil jetzt weiß ich, was da rein gerandomized wurde. Da wurde eine Bananenschale gerandomized. Ich sammle gerade ein bisschen Tode für den Counter. Kajiyama! Gute Nacht! Ciao, ciao! Schuss! Schuss! Ring der Gunst! Nice! Er hat mich getroffen. Und schon wieder Toxin. Dass die auch hier so gerandomized sind, dass sie trotzdem hier in diesem Gebiet sind, ne? Diese Toxic Bros. Boah, der Blutungs-Damage. Der leeebt noch! Und Mika! Dankeschön für 15 Monate. So, hau rein Digi. Hab ich grad nen Ghast gehört aus Minecraft? Habt ihr den auch gehört? Da war ein fucking Minecraft Ghast. Hä? Was passiert hier? Nee, meine Katzen machen keine Ghast-Geräusche aus Minecraft. Oh, wackelig! Oh, Junge! Ich hab keine Heilung mehr. Lol. Ja, und jede Katze klingt gleich oder was, hä? Man sieht, du bist ne Hundebesitzer. Direkt Katzen am Hasen. Und Skelly, Dankeschön für 20 Monate. Laut. Gleich gefährlich. Was haben die mit mir gemacht? Ja, das wär geil. Randomizer, der sich Mobs aus anderen Games rausholt. Es ist alles so random, Mann! Gleich kommt einfach Bowser, ey. Nein. Da war doch ein Item gerade. Ist das zu tief? Okay, dreht sich um, rennt weg. Da oben ist das Item. Äh, ich hab kein Bock auf meine Playlist. Da oben ist das. Lass sie. Wir... Wir... Wie komme ich jetzt zu diesem Item? Obwohl ist vorhin einfach nur ein Gegner gestorben? Ne, da hinten ist es. Okay, ich glaube, ich komme von hier aus nicht dahin. Doch, hier. Hä? Der ist einfach über den Abgrund geschreitert. Golem Stulpen. Oh, hier war diese rote Rüstung. Mit dem coolen Zauberstab. Anwesensschlüssel. Noch einen? Ich hab schon einen. Schattenmaske. Ich bin doch gedodcht. Hä? Der Deutsche sieht doch voll smooth aus. Ich glaub, sein Hammerschlag hat zwei Hits oder so. Das war ein Hit. Junge, was ist diese Hitbox von seinem Scheiß? Hammer. Was ist das für eine Hitbox? Die ist ja crazy. Daisy. Die hat mich verführt. Die hat mich verführt. Ja, okay. Sense macht null Damage. Finally. Oh, nicht ein Doggo, nicht ein Doggo, nicht ein Doggo, nicht ein Doggo. Was? Oh, der, der, der Silberritter. Mit dem eiskalten Blick ist hier. Drachenkopfstein. Drachenkopfstein. Drache erwache. American Dragon. Der folgt mir. Der Mann mit dem großen Hammer. Der Mann mit dem großen Hammer. Joa, der kommt, der ist immer noch hier. Der Darkrave ist mir gefolgt. Der ist mir gefolgt. Ich hab nix mehr zu trinken. Wir müssen aufhören. Weiß nicht, ob der mir so weit gefolgt ist. Crazy. Ja, okay, der Pilz. Was ist, das ist, was ist ein Scheiß-Problem? Brrrr. 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 Ne, Randomizer sind schon funny. Das macht schon Spaß. Ich bin die ganze Zeit nur am Verrecken, aber ich hab trotzdem Spaß. Das ist ja trotzdem funny. So, du Pimmel. Hol dein Schwert raus. Ich wollte das Item haben. Ich hab, ich wollte, ich wollte das Item haben. Ich glaub, wenn ich das Item habe, sind wir eigentlich so gut wie durch hier, oder? Zauberstiefel. Okay. I guess, wir haben alles, ne? Ich weiß nicht, ob hier noch irgendwo ein Item rumliegt. Ich hab' ich glaub' so das Gröbste haben wir. Ach. 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 Wie ich einmal durchgereicht wurde. Ach. Ich hätte keinen Nerv. Ach. 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 Ey, na bitte. Oh, da kam ein Hund vorbeigeflogen. Gibt es hier noch ein Item? Ja, dann wäre ich wieder hier, ne? Von der anderen Seite. Dann komme ich hier wieder bei den Gargules raus. Nee, hier, nördliches Asylum, genau. Ich habe immer noch nicht gecheckt, wie ich in die gemalte Welt gekommen bin, Leute. Letztes Mal. Und ich bin heute irgendwie auch in Nitos Grab angekommen, wo Ornstein war. Wie bin ich da hingekommen? Wie bin ich da hingekommen? Äh, der Loot sollte random sein. Das können wir vielleicht noch machen, Chat, jetzt mit dem Filing Shrine, Kanalisation, oben die Nebelwand. Ich weiß nicht, ob ich von hier aus nach oben komme noch. Äh, ja, irgendwann benutze ich bestimmt meine Feuerhüterseele. Ich meine, jetzt können wir es machen. Ich muss jetzt zum Filing Shrine. Aber wie komme ich von hier aus zum Filing Shrine? Ohne den kompletten Weg neu zu laufen. Boah, wir brauchen dringend die Lordwessel, damit ich mich teleportieren kann. Das kann doch nicht sein, dass ich immer noch nicht die Lordwessel habe. Das stimmt, ich spawne ja hier. Komm ich von hier aus wieder hoch? Fuck, ich hätte mich nicht zurückporten sollen. Dann muss ich nochmal kurz den Weg hier laufen. Äh, meinst du der Run oder generell der Stream? Der Stream geht nicht mehr so lange. Der Run wird wahrscheinlich noch ein bisschen dauern. Frosch. Nito war, glaube ich, dort, wo es normalerweise rauf zu den Gargoyles geht. Oh, das kann gut möglich sein. Ne, ich komme von hier aus gar nicht mehr zurück, ne, Chat? Moment. Der Skorpion ist da. Ich dachte, es gibt zwei Versionen vom Asylum. Ich dachte, es sind immer zwei verschiedene. Aber das ist derselbe? Aber das ist derselbe? So wenig? Aber ich habe Blutung. Wenn er hochfliegt, verschwindet er komplett. Man sieht ihn gar nicht mal. Er hat sich in die Hölle wieder komplett. Scheiße. Scheiße. Ich glaube, der Schwanz geht nicht ab. Oder war das nicht der Schwanz, sondern hier der Arm? War das der Schwanz oder der Arm, Chad? Oder beides? Das war der Arm. Der macht auf einmal die Feuerkugel. Der hat die ganze Zeit nicht gemacht. Du meintest doch, dass du übers Vogelnest nach Painted World gekommen bist. Nee, wir waren doch heute... Wir waren doch heute im Nest. Nee, da verwechselst du was. Oder ich habe aus Versehen was Falsches gesagt. Ganz sicher? Ja, ich glaube, es ist die Nebelwand im Wald. Nee, im Wald kann es auch nicht sein. Was ist das eigentlich für eine Shitshow hier gerade? Ich überlege vielleicht hier 10 Estos zu machen. Ich glaube, wir machen auch hier 10 Estos. Ich denke, wir machen hier auch 10 Estos. Ja, und irgendwie habe ich doch irgendwas mit den Einstellungen doch verkackt, sodass Bosse doch wohl doppelt kommen können. Wir haben auf jeden Fall doppelt Mausi, wir haben doppelt Skorpion. Ich denke, das ist nichts. Wie? Boah, er hat mich gegrabt? Ich habe nichts gesehen. Nee, so schlimm wie Mausi Kampf ist der nicht. Ja, ich sollte nicht versuchen, glaube ich, seinen Arm abzuhacken. Obwohl, es gibt extra Items, ne? Ja, wenn ich die ganze Zeit am seinen Schwanz stehe, ist er viel einfacher. Er hat dann kaum Angriffe, außer springen. Vorne laufe ich halt in Gefahr von ihm gegrappt zu werden. Das. Ich sehe es nicht mal. Ja, schieß los. Das war kein Treffer. Kriegt man den Loot trotzdem, auch wenn man seinen Arm nicht abgeschnitten hat? Weil er droppt ja eigentlich durch seinen Arm, droppt er ja den Ring. Und den Ring muss er ja immer droppen, sonst kannst du das Spiel ja nicht durchspielen. Ich komme nicht rein gerade in den Kampf. Es war doch die Wand im Wald. Oh, Scheiße. Ich drücke B! Hä? 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 geht's weg. Nicht mehr unter ihn, sondern weg von ihm. Er kann stampfen. Junge, ich hab vorhin halbe Stunde auf ihn draufgeschlagen. Er hat nicht gestampft. Auf einmal stampft er. Ich bin hier gefangen. Bitte helfen Sie mir. Das war ein Treffer! Das war ein Treffer! Das war ein Treffer! Biakko, Biakko, Biakko! Ab wann schießt er Feuerkugeln? Ist das random? Der Kick. Jetzt fängt er damit an. Ich weiß nicht, ob das irgendwie lebensabhängig ist. Beim letzten Mal hat das auch irgendwie ab der Hälfte angefangen. Ich weiß nicht, ob du ihn nicht mehr hast. Dicker. Dicker, ich treff den nicht mehr. Boah, boah! Boah! Okay, er scheint wohl irgendwie zwei Phasen zu haben. I guess. Ich hab das Gefühl, wenn er unter 50% hat, hat er andere Moves. Nee, okay, jetzt macht er das wieder. Ja, wir haben hier eigentlich auch neu, aber war halt so auffällig, dass er auch das Feuer zweimal nur unter der zweiten Hälfte gemacht hat. Komm schon, Blut und Spock? Ja, nix. Ja, nix. Der Kick. Hey, Shimmy. Die ist ja nicht auf der Gamescom. Scheiße, auf die Gamescom, Junge. Da war die Blutung. Das Feuer ist so knapp, ne? Was ist jetzt? Spammt er wieder das Feuer, erst wenn er halt wenig Leben hat? Und jetzt spammt er das nur noch. Ich weiß nicht, ob das irgendwie so phasenabhängig wäre. Das ist doch... Das ist so weird. Ey. Den selben Boss müssen wir jetzt nochmal machen. Ich glaube, ich borde mich mal kurz zurück und gebe meine Runen. Runen? Oh mein Gott, ich sage schon wieder Runen. Elden Ring hat mich so kaputt gemacht. Ab in die Greys. Du bist so enttäuschend. Es tut mir leid. Ich habe ganz vergessen, dass das jetzt auch eine Nebelwand ist. Das ist ja gar keine Leiter. Oh mein Gott, wir haben die Lord Vessel gefunden. Aber der Fahrstuhl geht nicht an, weil der Boss noch da drin ist. Der Boss ist nicht tot. Aber wir haben den Weg zu Lord Vessel gefunden. Das ist sehr huge. Das ist viel zu funny. Wie komme ich nochmal zum... Oh, zum Filing Shrine ist jetzt der Weg ja ewig weit wieder. Ja, oben ist kürzer. Ach, Mann. Schade. Wie jetzt hier alles neue Gegner sind. Ist jetzt vielleicht die Nebelwand auch neu? Ey, ey, Jungs. Ne, das ist alles bei Malten. Ich dachte halt immer, es gibt zwei Asylums. Also klar, es ist derselbe, aber die werden quasi als zwei eigene berechnet. Weil das sind ja gezählt. Weil halt in einem anderen ja ganz andere Gegner sind natürlich. Und der Boden kaputt geht. Aber es ist halt wirklich ein und derselbe Asylum. Der sich nur dann halt ändert, wenn der Boss quasi tot ist. Oh mein Gott. So. Runter zum Manus. Und dann sind wir wieder im Wald. Dann gehen wir zum Filing Shrine. Beim Filing Shrine verbessere ich endlich meine Estus. Weiß jemand noch, wie ich zu Quelax Schwester gekommen bin? Dann verbessere ich meine Estus. Und dann gehen wir zu dem Weg, den ich mir aufgeschrieben habe für den anderen Skorpion-Boss. Und dann war es das, denke ich mal, für heute. Weh, ich sterbe jetzt hier. Ohohohoho. Diese Arena ist ja, ne? Und Damage mache ich ja noch. Pretty good. Das war's für heute. Ja, ich weiß nicht, ob ich den Target schaffe, zu cutten. Hat sich auch kurz überlegt, aber ich weiß nicht. Weil der macht halt die Scheiße. Der hört halt nicht mehr auf. Der weiß, ich will seinen Schwanz. Er hört nicht auf. Der Massive Tailcut ist immer so schrecklich. Oh, das war's. Das war's. Die geben gar nichts. Nicht mal Runen? Äh, Seelen? Ist es in OG auch so, dass die zwei, äh, die zwei Mausoleumswächter nichts droppen? Nicht mal Seelen? Ich hab meinen Mage Run bei Sif aufgehört, weil ich Moonlight Great Swat wollte, aber keinen Bock auf die Scheiße hatte. Aber du brauchst doch das Moonlight Great Swat für Mage Run nicht. Magie in Dark Souls 1 ist doch übrigens OP. Nee, aber es ist cool, achso. Ich hab den Tailcut auch noch ein paar Mal in meinem Leben gemacht, aber der war jedes Mal echt schrecklich. An sich, wenn du ja schon eine gut gelevelte Schnittwaffe hast, dann brauchst du auch nicht irgendwie superviele Hits draufzumachen. Ne? Äh, aber ja, trifft die erstmal. Ich merke gerade, hab Sif geschrieben, bin's Fake-Fan, ja. Ich hab's gar nicht kommentiert, ich hab's einfach so stehen gelassen. Die Mausen droppen eigentlich Seelen, kein Plan, was der Rando gemacht hat. Hm, weird. So, was hab ich jetzt mit Kanalisation gemeint? Hm. Der Gate-Bolt-Gelgi. Ich hab in meinen Notizen geschrieben, vom Feiling-Schrein in die Kanalisation. Nee, Nest. Nest bringt mich in die Kanalisation. Und dort ist die Nebelwand. Und die bringt mich dann... Ich glaube in die Sif-Arena. Boah, Junge, ich freu mich so sehr, wenn wir die scheiß Lord-Wessel haben, ne? Ist das schrecklich. Ist das fürchterlich. Immer wenn du irgendwo stecken bleibst und dann von vorne laufen musst, vom Asylum, dann der ganze Weg durch die LC, durch den Wald, hier durch, nur um dann zum Feiling-Schrein zu kommen, ne? All das hier... Junge, 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 Junge... Dabei hab ich nicht mal Musik an. So hundred und... Es wird von euch getаксимiert, aber... Ich hab ich nicht mal sichergestellt! Ich hab eine Unterricht, bis zum Feigen-Til. Das ist ein Zeug, der飾ungsbelle. Wenn wir nach derlesia. Die Schrein-Til ist auch ein Zeug, der Glocke, Interaktionen. Also, ist das, dass da ein Zeug also auf einem Schrein. Jo, was geht ab, Neuer? Er hat eine Menschlichkeit gechillt, weil er ist ein Randomizer. Alles ist random. Items, Bosse, Gegner. Nebelwände. Alles ist random. Okay, ich bin dumm. Ich bin dumm, Chad. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Ich bin dumm. Weil ich hier lang muss. Da ist ein Item, da muss ich zwar nicht lang, aber da ist ein Item. So, weil die Nebelwand war hier. Und die müsste mich jetzt zu der Arena von Sif bringen. Und da ist schon wieder so ein Scheißkäfer drin. Den wir gerade besiegt haben. Ja. So, und auch mal der Spaß. Mach ich hier mehr Damage? Ich glaub ja, ne? Obwohl, ist recht ähnlich, glaub ich. Glaub, ist recht ähnlich. Ist nur ein bisschen mehr Platz. Äh, Pog, Pog regelt. Blutung. Blutung macht das schon. Ich hab ja jetzt im engen Bereich gegen ihn trainiert. Also kann ich ihn jetzt überhalten. Das war knapp. Guck mal, jetzt spammt er es wieder. Ab einer bestimmten Lebensleiste spammt er das. Das hat ja wirklich irgendwie so'n Phasenwechsel. Das hat ja wirklich irgendwie so'n Phasenwechsel. Unfair. Der ist absolut hilflos. Nee, 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 nee. Unterschätzt er es mal nicht. Er ist tot. Drachensteiner, ach komm. Das ist ja schon gelootet. Wo sind meine Seelen? Ah, da. Boah, die Seelen. 54.000. Not bad. Okay. 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 Vielen Dank. Ja, ich überlege gerade. Wir gehen nochmal runter. Äh, unter die Brücke zu dem Bonfire und gehen nochmal Richtung Kanalisation von oben. Da ist ja noch der Händler, den ich noch befreien muss. Und dann können wir eine Nebelwand noch von oben nehmen. Also die, die ich gerade genommen habe, nur von der anderen Seite, glaube ich. Müsste ja theoretisch gehen von der anderen Seite. Also ich bin mir nicht sicher, wo die andere Seite war. Aber ich glaube... Nice. Ich habe wieder meine Hose. Aber ich glaube, die Nebelwand kommt, wenn man von oben kommt, oder? Was mache ich hier? Ich will hier gar nicht lang. Ich will nach unten. Ich kann das Bonfire mal noch nicht akibieren! Kannst du gehen? Ich will eigentlich nur das Bonfire haben. Okay, cooler Move. Okay, Schatz, ich parieren. Ich hätte nicht gedacht, dass es auf Ansage klappt. Und dann noch eins rinnen ins Arschloch rein. Und dann noch ein Parry. Boah, ich bin ja eine Parry-Legende. Ich habe endlich das Bonfire. Manchmal, ne, dann kann ich's. Der kann ich's einfach. Manchmal, der klappt's einfach. Und dann wiederum renne ich zehnmal hintereinander zu diesem Skorpion-Boss rein und der grabbt mich bei jedem Mal beim ersten Angriff. Und chat. Ziegen, Ziegen-Nebelwand. Ziegen-Nebelwand. Ziege. Ziege! A, O, äh! A, A, A! A, 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 a! A, A, O, a! A, 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 A. Jaaaaa, Moin! beetle Da ist ja eine Ratte. Boah, die Lache. Ich wünsche, das wäre meine Lache. Ich imagine, das wäre meine normalere Lache. Immer wenn ich im Stream lache. So. Oh, ich habe eine Krone. Ich mache jetzt 20% mehr Magie-Damage. So, wir gehen nochmal kurz hoch. Hier gab es noch diese Ninja-Rüstung. Die natürlich jetzt auch ausgewechselt ist. Wo war die nochmal? Ich glaube, da drin. Ich weiß nicht, ich habe einige Schlüssel gedroppt bekommen. Ah, ne, hier drin. Ich habe einige Schlüssel bekommen. Vielleicht habe ich jetzt auch einen Schlüssel für den Magier. Hier ist ja noch ein Magier eingesperrt. Ja, ich habe nur eine Manus-Gamba am Laufen. Ich habe die nie aufgelöst. Deshalb gehe ich nochmal kurz zum Anwesen. Oh, meine schöne, meine schöne Krone. Nice, ich habe den Schlüssel. Wir haben einen neuen Shop. Chaos-Glut. Okay. Und mein Schild ist weg. Keine Parries mehr. Ich habe gar keine Heilung mehr. Ja, ich bin wieder komplett Kette. Stark. Tomate. Stark. Ja, die Gegner hier, die droppen das alle. Diese komischen Skelett-Gegner, ne? Die droppen alle mit einer sehr hohen Wahrscheinlichkeit diese dumme Rüstung. Und jedes Mal, wenn ich vorbeilaufe und die töte, kriege ich die. So, überlebe ich das noch, den Weg zum Bonfire? Was für ein Saft? Apfelsaft. Was für ein Saft? Apfelsaft. Ist der Mage eigentlich irgendwann weg oder ist der immer dort? Wenn du mit ihm redest, dann geht er doch zum... Nein. Oh, mein Gott. Ich dachte, der Wurm tötet mich. Wenn du mit ihm redest, dann geht er ja zum Bonfire. Wie viel Leben habe ich gerade? Eins. Uno. Uno. One. Okay, jetzt no hit. Okay, das war scheiße gruselig. Puh. Pils. Pils. Nein, ich hab gepanickt. Scheiße, irgendjemand schießt da mit Pfeil und Bogen. Der da unten schießt. Auf den muss ich aufpassen. Aufpassen, dass der jetzt nicht springt. Der lebt noch. Ich dachte, ich one-hitte ihn. Und jetzt von hinten der Schuss. Jetzt so ein... Ich bin jetzt so am Bonfire, will mich jetzt hinsetzen. Dann kommt so dieser Armbrustschuss angeflogen. Piu. Tot. Oh, Junge, Junge, Junge. Okay, ähm... Wir haben einen neuen Shop, Chat. Oder bin ich zu dumm für ihn? Ich bin zu dumm für ihn. Scheiße. Chat, ab wie viel... Ab 10 in Int verkauft er mir bestimmt was, oder? Ich brauch bestimmt 10 Intelligenz. Ich hab 9. Und ich kann endlich meinen Estus verbessern, wenn ich schon hier bin. Wir machen einen Punkt mal in Intelligenz rein. Okay, ich brauch noch ein bisschen. So. Oh mein Gott, fehlen mir immer noch 500. Juhu, Himbeer Keko. Gute Nacht, ciao, ciao. Ach komm, 400. Ich geh kurz Gegner töten. Mein Nervenkostüm liegt in der Wohnung zerstreut. Oh, der schobst mich einfach. So, jetzt hab ich genug. Okay, ähm... Wir gucken uns den Shop noch an. Und dann will ich unbedingt noch die Ziegennebelwand gucken. Und dann hören wir auch, okay? So. Ich kann endlich 2 plus 3 rechnen. Das ist 6. Okay, ich bin schlau genug. Äh, Seele bedeutender Held. Okay. Great. Noch ne Feuerhüterseele. Ist das gut? Ja, das ist, ähm... Stärke Reilung. Ich hab da durchgleich ne Stärke Reilung. All right. Das wird... Mongolischer... Herz... Angenbarsch. Mongolischer Zangenbarsch. Danke schön für zwei Monate. So, boah, Chad. Direkt 2 auf einmal. Junge, bis gerade eben die ganze Zeit mit... ...mit ner beschissenen Estus rumgelaufen. Endlich heil ich ein bisschen mehr. Endlich muss ich nicht irgendwie 5 Estus verbrauchen, ...damit ich full live bin. Äh, ich klebe mir nochmal kurz gegen. Ich will den sicken Rock noch haben. Der ist recht günstig gewesen. Wow, was baust du mich an, hä? Wir holen uns nen geilen Rock. Für den Drip. Erinnert nichts an meine Rolle. Ja, wahrscheinlich war das auch nicht so smart. Eigentlich, ne? Das zu kaufen. Weil meine Rolle hat sich dadurch jetzt nicht geändert. Und ich hätte mir das lieber aufsparen sollen, ...für den Moment, wenn ich wirklich irgendwie so eine Steinhose oder so habe. Die dann wirklich viel wiegt. War wahrscheinlich wasted. Ah, ich sag's, wie es ist. Wir werden gegen Gwyn am Ende mit Fat Roll kämpfen. Ich werde da wahrscheinlich nicht drum herum kommen. Endboss wird schön mit der Fat Roll bekämpft. Bisher kam auch gar kein Gewinn. Wo treibt sich Gewinn rum? Abgezogen? Ich wollte springen. Hatte keine Ausdauer. Bin trotzdem irgendwie gelandet. Hattest du leer bestimmt schon gelegt nach eurem Split. Der kämpft bestimmt gerade immer noch. Wenn ich irgendwann random Seelen bekomme, dann hat Solaire den Boss besiegt. Ja, wenn das irgendwie doch nicht so ist. Ich dachte ja eigentlich, ich hab 1 zu 1 gewechselt. Also jeden Boss gibt es einmal. Hä? Achso. Jeden Boss gibt es einmal. Boah, gar kein Bock hier. Chat, ich sag's, wie es ist. Jeden Boss gibt es nur einmal. Äh, aber wie es aussieht, ist das nicht so. Ich hab's falsch eingestellt. Ich bin vergiftet. Also kann's gut möglich sein, dass es vielleicht noch 5 Grins geben wird. Die Frage ist, hatten wir bisher mehr schwere Rüstung als leichte? Weil irgendwann muss die leichte Rüstung kommen. Boah, ich... Also ich glaub' ja, wir hatten hauptsächlich schwere und mittlere gehabt. Leichte hatten wir echt nicht so viel gehabt. Jedenfalls nicht Oberteile und Unterteile, nicht so viele. Vielleicht hat auch Dark Souls 1 einfach generell mehr schwerere und mittlere Rüstung. Als halt leichte, ne? Obwohl, wir werden nie eine Fat Roll haben müssen. Ich kann jederzeit zurückgehen und diese normalen, äh, Soldaten, die Skelett-Soldaten töten und hab wieder meine Kettenrüstung. Na? Geiler Helm. Okay, wieso war seine Sterbe-Animation so besonders? Okay, so, befreien wir mal den Boy hier. Dann haben wir noch einen Shop. Hallo? Achso, das war's. So, ich würde eigentlich jetzt tiefer gehen wollen, aber ich bin halt vergiftet. Ja, machen wir halt trotzdem. Wenn ich sterbe, dann bin ich halt tot. Juckt. Dann bin ich je wieder beim Feuerband schreien und ich wollte eh den Shop hauptsächlich gucken. So, und zwar wollte ich noch schauen, wie komme ich zu der Nebelwand Was ist die andere Seite von der Nebelwand? Wie komme ich da hin? Komme ich von hier aus da hin? Das ist ein 15-Minuten-Schluck auf. Okay, was hast du letzte Woche Freitag zu Abendessen gegessen? Okay, Chad, ich bin verwirrt. Ist zwar jetzt nichts Neues, ne, aber... Was ist die andere Seite von diesem... Von dieser Nebelwand? Wie komme ich auf die andere Seite? Was ist die andere Seite? Was ist auf der anderen Seite? Ich checke's nicht. Von wo muss ich kommen, dass ich da hinkomme? Oh, ich habe hier den Schill. Diese Nebelwand verwirrt mich so sehr. Ich glaube von hier aus. Ich habe es gefunden. Okay, die Nebelwand ist einseitig. Die hat nicht zwei verschiedene Seiten. Okay, nice. Die ist quasi wie die Nebelwand Incense Fortress. Die funktioniert irgendwie auch nur einseitig. Beide Seiten kommt man aus dem selben Loch raus. Okay, was verkaufst du? Nein! Ist das das Amulett für DLC, Chad? Wie komme ich ins DLC? Ich habe keine Ahnung, wie das Item aussah, mit dem man ins DLC kommt. Hevels gemaschen. Was ist die Beschreibung? Doch auf beschwerlichen Reisen zählen schöne Erinnerungen besonders. Das ist das Start-Amulett. Okay. Ich kann mich nicht mehr erinnern, wie das Item aussah. So, okay. Sollen wir noch was Schnelles machen? Genau. Das ist amulett. Wie bin ich zu Quelax' Schwester gekommen? Nee, Ziegentür war ich ja gerade. Da bin ich bei Nito. Der letzte Coop. Ich will noch mal zu Quelax' Schwester. Wie bin ich zu Quelax' Schwester gekommen? Musste man nicht die Hydra töten, um den Golem für das DLC freizuschalten? Ja, und da muss eben den Archiven gibt es ja so einen blauen Golem, den musst du töten. Der droppt ein Item, dass du in Steel Sea kannst. Aber ich weiß nicht mehr, wie das Item aussah und wie das heißt. Das hast du mega early gefunden. Musst irgendwo in diesem sehr mittigen Asylum Bonfire zu tun haben, oder? Asylum? Ich hätte jetzt ja an Sands Fortress gedacht. Der hat jetzt an Sands Fortress gedacht. Oh, der Gegner wurde jetzt auch ausgewechselt. Lol. Das heißt, Wir haben jetzt ein neues Item. Maske der Mutter! Mutti! Ich hab den Job! Dann müssen wir doch theoretisch jetzt ein neues Item haben beim Start. Da, wo ja eigentlich das Item liegt für die gemalte Welt. Hey, Tag aus, geht ab! So spät noch, wach Mann! Wobei, du hast immer katastrophalen Schlafrhythmus, ne? Aktuell geht, oha! Oh nein! Mein Erzfeind! Ich weiß noch nicht, ich weiß nicht, ob ich jemals in meinem Leben diese Gegner besiegt habe. Immer weggelaufen. Der Jim Arc ist bei dir am Start. No way! Wo kommt die Motivation her? Scheiße, kommt er hier rein? Oh mein Gott, er kommt hier rein. dieses kleine Schwein. Kein Plan. Ja, nice, Mann! Hoffe, er hält lange an und zieht's durch. Hat sich nicht gelohnt, zurückzugehen? Wann ist dein Jim Arc? Niemals. Der lebt wieder. Ich werde niemals ins Jim gehen. Beide spammen einfach nur R1. Was'n Kampf, Junge. What? Ich wollte mich auch nicht heilen oder so. Ich wollte einfach nur durchziehen. Gucken, wer kann am längsten mit R1 durchhalten? Er hat länger durchgehalten. Ich will einmal in meinem Leben sehen, wie ich trainiert aussehe. Bald Dennis Wolf einfach. Nee, wenn mein Sportarc beginnt, dann ist mein Sportarc Fahrradfahren und Schwimmen gehen. Aber nicht Jim. Er hat mich getreten, Chad. Darf der das? Der hat mich getreten. Mann, Schalke, Fahrradtürmer. Ich bin hier bald weg. Tacke. Ich zieh um. Ja, wir haben gar nicht großartig gesucht. Sie ist einfach auf uns in die ins Schoß gefallen. Die Wohnung. Ich muss da lang. Ich habe mich Anfang des Jahres im Fitnessstudio angemeldet und bereue diese Entscheidung stark. Ich war auch mal in einem Fitnessstudio. Angemeldet irgendwie vielleicht eineinhalb Jahre oder so. Davon war ich ein halbes Jahr wirklich aktiv da. Keine Ahnung, Mann. Macht mir absolut keinen Spaß. Richtig unangenehme unangenehme Stimmung immer dort. Keine Ahnung. Ich fühle mich die ganze Zeit irgendwie so komisch beobachtet. Ich kann mich absolut nicht irgendwie fokussieren auf das, was ich da mache. Boah, weiß nicht, ey. Geht gar nicht. Ich dachte mir halt immer so, das ist bestimmt nur so ein Anfangsding. Aber wenn ich da länger bin und aktiv bin oder so, dann ändert sich das. Aber es hat sich nie geändert. Ich war auch mit Kumpels dort. Nicht nur alleine, sondern auch mit Kumpels dort trainieren. Und es war immer scheiße unangenehm. Keine Ahnung. Boah, ich töte den Typen jetzt da hinten. Ich wollte ihn runterdrehen. Hat nicht funktioniert. Aber ich habe gerade irgendwie einen Feuerkick drauf. Das ist wahrscheinlich wegen einem Lava-Ring, den ich habe. Dann machen wir einen Feuerkicks. Ja, ja, mein Kick. Wenn du hier diesen Ring trägst, mit dem du durch Lava läufst. Damit hast du Feuerkicks. Zu falschen Zeit da gewesen? Nee, ich war zu allen möglichen Zeiten da. Ich hatte jetzt keine feste Zeit gehabt. Unbedingt. Ich glaube, bei mir ist einfach generell, ich glaube auch generell Kraftsport. Mir macht Kraftsport keinen Spaß. nicht nur, dass es dort unangenehm ist, sondern generell Kraftsport. So, ich war sie hier. Jo, gute Nacht, Kurosäck. Kurosäck. sehr hoch. Gefunden, Chat. Ich mache es halt mit meiner Freundin. Das hilft krass. Also ich sage es, wie es ist. Als ich noch ins Gym gegangen bin, ich bin lieber alleine gegangen, als mit Freunden. Ich bin so ein Opfer, da, ne? Wie viel Menschlichkeit habe ich? 27 Mensch, nee. 28 Menschlichkeit hätte ich. Jet, wieso shoppt er nicht mit mir? Achso, ich muss den Eid rein, ne? Mit 30 Menschlichkeit könnte ich mir einen Shortcut öffnen. Ich habe ein Parierdolch bekommen. Nice. Wurde nicht ausgerüstet. Ah, doch, in die zweite Hand. Der verkauft nur die Liste. Mehr nicht. Schade. Schade, schade, schade. Ja, der verkauft ja normalerweise mehr. Der verkauft ja diese, diese, diese Eier, mit der du dich heilen kannst vor den Parasiten, oder? Verkauft er die nicht normalerweise? Und der verkauft auch, glaube ich, so schwache Pyramantie-Zauber, meine ich auch. Vielleicht verwechsel ich das auch. Boah, Black Knight. Wir checken kurz hier, was die Lage ist, okay? Und dann höre ich auf. Hier liegen halt ein paar Items rum. Ich habe halt noch den Lava-Ring, sodass ich durch die Lava normal durchlaufen kann. Ohne dabei zu sterben, und dann können wir schnell mal die Items da hinten looten. Solange ich den Ring habe, ne? Sonst ohne Ring wird es schwer, das zu looten. Ich coole irgendwo in der Lava, liegt ein Ring. Ja, imagine. Da hinten, wo ich dann ohne Ring gar nicht mehr rauskomme, liegt jetzt ein anderer Ring. Mein Lava-Ring wird weggequipped und ich komme dann und ich lebe nicht mehr raus. Äh, excuse me? Äh, bitte? Kleriker-Stulpen? 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 Du musst auch so lange den Ring... Du hast den Centipede-Demon-Raum, oder? Äh, da war ich ja schon. Boss ist tot, das Item habe ich dort gelootet. Ich muss den halt später... Ne, muss ich nicht unbedingt, oder? Obwohl doch. Kann sein, dass ich gezwungenermaßen die Challenge halt ein bisschen umgehen muss und den trotzdem ausrüsten muss, obwohl ich den schon nicht mehr habe. Äh, wenn ich in einem großen Isar Leaf-See bin. Da, wo die ganzen Torsos stehen, da gibt es ja auch noch einen Haufen Items zum Looten. Und wenn ich zu diesem Zeitpunkt, wenn ich dort angekommen bin, den Ring nicht mehr habe, wie jetzt zum Beispiel, lol, er ist jetzt genau weg. Zum Glück habe ich erst die Items dahin gelootet. Lol, dumm. Äh, dann muss ich den ausrüsten, damit wir weiterspielen können. Genauso wie, wenn ich in die Arena von Artorias, äh, Artorias, von den Four Kings komme. Dann muss ich kurz den Ring ausrüsten, sonst können wir das Spiel ja nicht durchspielen. Ich weiß nicht, ob oben, ich glaube, oben sind keine Items. Ich kann mich direkt droppen lassen. Gefährlicher Gegner. Der macht mich gleich One-Hit. Ach, du Scheiße. Man macht kein Damage, wenn man die Zweihändig hält, was ja nur funktioniert wegen einem Randomizer. Normalerweise kannst du ja die Faustwaffe nicht Zweihändig nehmen. Der kann halt so einen Schuss machen, wo er ganz viele so Projektile losschießt und wenn die dich treffen, die machen ultra viel Damage. Ja, wir hatten sehr viel mit der Sense geschafft. Sense war sehr nice. Und ich habe noch den Parry-Dolch. Der macht bestimmt auch Damage. Okay, Faust noch mehr. Ich glaube, mit der Faust kann man nicht reposten, oder? Kann das sein? Spinnenschild! Okay, das war's mit meinem Parry-Dolch. So, die Nebelwand geht da nicht auf. Da fehlt mir noch die Lord-Bessel. Man kann mit der Faustwaffe auf jeden Fall backstabben, aber... Reposten weiß ich nicht. Gibt es hier oben ein Item? So, hier geht es ja Richtung Glut. unten lang geht es Richtung Glut. Den hat er nicht kaum gesehen. Habt ihn voll erschreckt. Das ist doch eine Art Invade-Gegner, oder? Der irgendwie Weltentendenz zu tun hat. Ja, irgendwas hat er mit PvP zu tun. Keine Ahnung. Oder so. Ne, das war bei Demon's Souls hat er was mit PvP zu tun. Hier weiß ich gar nicht. Ich glaube, hier ist es einfach nur ein super seltener Gegner, oder? Alles nur, weil ich diesen Typen erschreckt habe. Der kann mich jetzt holen. Der kann mich jetzt holen. Hat die andere Seite vom Centipede-Demon-Raum kein Foggate? Da gibt es zwei Foggates, ja. Aber ich war nur innen. Von außen war ich weder von der Fire-Sage-Seite noch von der Isar-Leaf-Seite. Von beiden Seiten war ich nicht. Ich war nur innen. Ja, komm, ich renne einfach durch und loote. Aber von innen warst du an beiden Seiten. Ja, ja. Durch die eine Seite bin ich reingekommen und durch die andere Seite bin ich dann irgendwo anders gelandet. keine Ahnung, wo wir da gelandet sind. War recht early, glaube ich, oder? Schnecken! Da sind Muscheln, keine Schnecken. So, ich will kurz hier looten. Da ist nichts drin. Hä? Wieso war da nichts drin? Hä? Ich bin verwirrt. Wieso war da nichts drin? Das ist ja komisch. Ja, I guess. Wir sind dann für heute durch, ne? Keine Lord Wessel heute gefunden und keine weitere große Seele. aber trotzdem einige Bosse geklatscht. Ich meine, wir haben den Weg zur Lord Wessel gefunden. Jetzt müssen wir nur noch den Boss in Anolondo finden. Dann hätten wir die Lord Wessel. Um ehrlich zu sein, habe ich den Weg zur Lord Wessel wieder vergessen. Hat sich denn irgendjemand gemerkt? den Weg zu Lord Wessel? Irgendjemand? Das war Stimmt. Die Leiter im Asylum. Schreibe ich mir gleich auf. Stimmt. Wenigstens ein paar haben aufgepasst. Danke. So, ich wollte nochmal kurz schauen, wo wir hier rausgekommen sind. Ich sag's, wie ist das? ist schon manchmal echt geil, so ein Spiel zu spielen ohne Musik, oder? Ich liebe Musik, ne, aber ist schon manchmal irgendwie echt geil. Ich habe jetzt Artorias besiegt. Müsste der Typ jetzt nicht da sein? jetzt noch den Ring haben, wo die Sounds ausgeht. Ne, so nicht, das nicht. Ich meine, einfach nur keine Musik. Nur so Ambiente. Beim Dark Souls Ambiente ist auch immer voll schön. Das alleine klingt wie so, als wäre es so in so einem irgendwie so am Rand eines Waldes. Und das der Wind weht gerade. Das ist mir ganz geil. Ähm. Ja, meine Ambiente ist hier eine volle Straße, Digga. Der hat ein Yaito für 17k. Ich habe keine Ambiente, wenn ich die Tür auf dem Fenster aufmache oder rausgehe. Ich habe nur Auto-Ambiente. Ja, keine Ahnung. Können irgendwann mal später theoretisch vorbeikommen und das Yaito holen, wenn ich keine Waffen habe, aber ich habe mir keine Notizen gemacht zu den ganzen Händlern. I guess ab dem Punkt werde ich wahrscheinlich eh alle Hände nochmal ablaufen müssen. Ich habe auch geschrieben, raus, ich habe keine Natur, ich wohne in einer Großstadt. eigentlich habe ich die Natur in einer Richtung Großstadt, in einer anderen Richtung habe ich so einen kleinen Wald. Einfach geile diese Sounds. Ich habe die letzten Wochen versucht, beim Videos schneiden und so, so Waldgeräusche mir anzumachen. Ich dachte, vielleicht kann ich mich so besser fokussieren. zehn Stunden Waldgeräusche auf YouTube Music angemacht. Ich höre beim Lernen immer Regen oder Gewitter. Hat das was gebracht? Ich habe keine Ahnung. Es war aber irgendwie weird, als ich das dann irgendwie nach mehreren Stunden ausgemacht hatte. Es war so eine komische Stelle. Konzentration, nicht zum Einschlafen? Ja, zur Konzentration. Irgendwie beim Arbeiten nebenbei. So irgendwie einen anderen Vibe quasi damit aufbauen. So, dass man sich irgendwie fühlt, als wäre man nicht irgendwie in der Wohnung, sondern man sitzt irgendwo in einem Wald. Omega Kekko, Dankeschön für 36 Monate. Ich bin kein Freak. Ich hätte mal einen Wasserfallfluss versucht, aber ich musste tatsächlich davon pissen. Nee, Wasser fühle ich nicht. Ich glaube, bei Wasser müsste ich auch dann öfters pinkeln gehen. gibt es sogar White Noise for Studying und so ein Kram, ja. Ich finde es auch verrückt, wie Leute mit Musik arbeiten können. Ich kann das gar nicht. Ich bin dann voll in der Musik drin. Ich kann mich dann nicht mehr auf irgendwas anderes konzentrieren. und ich höre dann nur die Musik. Ich mache das. Ja, so mache das zum Beispiel auch immer. Aber ich kann das gar nicht. Sobald Musik läuft, höre ich halt Musik und kann ich nebenbei was anderes machen. Wie schneidest du mit Musik? Vor allem beim Schneiden. Dann musst du die ganze Zeit hören, was du sagst. Oder du musst deine Musik anpassen. Dann hast du Doppel Sound. Aber Dark Souls Ambiente ist auch eigentlich ganz geil zum nebenbei anhaben. Ist eigentlich auch ganz nice. Ja, okay, gut. Irgendwas Keyframes oder Masken erstellen. gut. True. Aber da kann ich trotzdem nicht. Keine Ahnung. Auch da nicht. Zum Beispiel, wenn ich so Thumbnails mache, dann denke ich mir immer so, wenn ich so Thumbnails mache, da brauche ich ja nichts hören oder so, dann kann ich ja theoretisch Musik nebenbei hören. Und dann denke ich mir, ja, da kann ich ja theoretisch Musik hören, easy und auch da nicht. Ich mache die Musik an und ich komme keinen Schritt mehr voran beim Thumbnails machen. Ich höre dann noch die Musik. Das geht einfach nicht. Der guckt Filme und Anime beim Schneiden. Holy shit. Junge, da wäre ich ja komplett raus. Leute, ich denke mal, wir sind für heute durch. Wieso habe ich eigentlich so lange gestreamt? Ich schneide jetzt gerade, fällt mir gerade auf. Perfekt. Spontaner Late-Night-Stream. Aber Daxos macht auch super viel Fun. Ich könnte jetzt einfach weitere drei, vier Stunden ballern. Ist einfach geil. Leiter beim Stray Demon führt zum Gewinne Wehre Fahr Stuhl. So. Dass wir das nicht vergessen. Ja, Collect, meine Hand. Cool, danke. Wo können wir eigentlich nächstes Mal weiter? also wir haben noch die gemalte Welt. Ich weiß aber nicht, ob es sich lohnt, in die gemalte Welt für Nebelwände zu gehen. Ob es da viele Nebelwände gab es? Ob es überhaupt Nebelwände gab? Gab es Nebelwände in der gemalten Welt? Ja, ich könnte theoretisch Priscilla töten, ja. aber ich weiß nicht, ob ja, natürlich die Nebelwand zum Boss rein. Die gibt es, klar. Die Nebelwand zum Boss rein. Also wir können theoretisch die gemalte Welt gehen. Zu Priscilla hoch. Ansonsten wir können Schandstadt runter, also vom Filing Schrein aus, können wir in die Schandstadt runter zur Quälack Nebelwand oder runter in zu diesem Loch Shit. Da können wir noch runter. Ja, Schandstadt wieder hoch laufen, Schandstadt wieder hoch laufen von unten. Da geht es auch noch, haben wir auch noch eine Nebelwand. Ich glaube, ich habe gerade den Schlüssel bekommen, um Wasser abzulassen in Neulondo. Wenn wir das machen, können wir da weiter. Ja, wir waren kurz in Neulondo oben. Da, wo ich nichts machen kann, außer zwei, drei Items looten. Nee, Schandstadt war ich noch nicht unten. Ich wollte Schandstadt nicht nach unten gehen, solange ich keine Lordwessel habe. Ich habe gerade beim Ziegendämon Nebelwand habe ich den Weg gefunden in die In Toomes of Giants. Bei Nito bin ich da. Wir können auch generell vom Firelink Schrein in die Katakombe rein. Also, wir haben auf jeden Fall einige Wege noch. Keine Ahnung, wo wir nächstes Mal weitermachen. Aber wir haben auf jeden Fall einige Wege. bei der Vogeltreppe in der Mitte ist auch eine Nebelwand. Vielleicht gehen wir nächstes Mal die gemalte Wild. Ich denke, da gehen wir als nächstes hin. Die sollte, glaube ich, auch noch nicht so hoch skaliert sein, weil das ja eine recht Early Nebelwand war. Ich denke, da sollten die Gegner nicht so hart sein. Hat Void eine Nebelwand? Was meinst du mit Void? Manus? Also es gibt eine Nebelwand zu Manus, ja. Die führt uns in den Wald. In der Manus-Arena selbst waren wir noch nicht. Ja, ich denke, wir gehen in die gemalte Welt als nächstes. Denkt man, das wird das Ziel erst mal sein. Ja, und dann mal schauen. Danach vielleicht Neulondo. Ja, Chat, vielen Dank fürs Dabeisein. War wieder ein sehr, sehr nicer Stream. Hat sehr viel Spaß gemacht. Kuss geht raus. Wir sehen uns morgen oder heute um 18 Uhr zu unserem wöchentlichen Horror-Stream. Ich habe noch ein paar Spiele von letzte Woche.